Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Genossinnen und Genossen, ich hoffe, Sie können mich so verstehen von der Stimme her. Ansonsten kann ich auch das Mikrofon benutzen. Ein kleines Zeichen, gut so, da oben hoch. Okay, ich sehe relativ viele Daumen. Dann nehme ich das mal so als Bestätigung, dass es auch ohne Mikrofon funktioniert. Wenn ich irgendwann zu leise werfen soll, dann geben Sie mir doch einfach bitte Bescheid. Kein Problem, das Mikrofon anzumachen oder etwas lauter zu reden, wenn es sein muss. Zu Beginn lassen Sie mich gerne ein paar Personen begrüßen, die ich hier schon im Raum gesehen habe. Also ich begrüße auf jeden Fall unseren Altbürgermeister Dr. Langen. Unsere Stadträtin Frau Dr. Maria Hackel. Unseren ehemaligen Stadträt Ergun Can. Bezirksbeirat Michael Köster. Bezirksbeirätin Astrid Maurer. Bezirksbeirätin Frau Lauer. Unseren ehemaligen Bezirksbeirat Klaus Karpner. Und Tilman Bauer von Blick im Fernsehturm. Herzlich Willkommen. Bevor ich beginne und wir quasi zum Thema Verkehr übergehen wollen, lassen Sie mich doch bitte zu Beginn noch ein paar generelle Worte zur heutigen Veranstaltung noch zu diesem Haus verlieren. Für die, die hier noch nicht waren, die Toiletten sind unten, also man muss einen Stock berg runterlaufen. Ist allerdings nicht so schwer, also man läuft quasi schon fast drauf zu, wenn man die Treppe hinten runter geht. Ansonsten ist es eine, muss ich sagen, dass es eine presseöffentliche Veranstaltung ist. Das heißt, es wird heute gefilmt. Bloß, wir werden natürlich auch gerne Fotos machen, die dann auf unserer Homepage und auf unserem Facebook-Kanal der SPD-Jägerloch veröffentlicht wird. Das heißt, wenn Sie jetzt dagegen sind, dass Sie fotografiert und dann quasi im Internet auf unserer Homepage oder auf unserem Facebook-Kanal erscheinen würden, dann müsste ich Sie leider bitten, den Raum zu verlassen, weil anders ist es leider nicht möglich für uns. Das heißt, wir können nicht einzelne Personen rausretuschieren oder so. In der Geschichte ist es ja öfter mal vorgekommen, dass Personen rausretuschiert worden sind. Diese Fähigkeiten haben wir allerdings in Deggerloch nicht, beziehungsweise würden auf diese Fähigkeiten gerne verzichten. Das heißt, wenn Sie jetzt hierbleiben, nehmen wir das schon als Einverständenserklärung, dass wir auch Fotos veröffentlichen dürfen. Okay, ansonsten, die meisten haben es schon entdeckt, haben wir Getränke und Snacks hinten auf Spendenbasis, also bedienen Sie sich gerne. Gleichzeitig, wenn ich schon bei den Getränken bin, hinten liegen auch noch ein paar Blätter aus, die Sie vielleicht gesehen haben. Das sind einmal unsere Flyer, die Sie gerne mitnehmen dürfen. Natürlich auch sehr gerne, wenn Sie wollen, das an Freunde verteilen oder Bekannte ein sehr gern gesehenes Geschenk. Zusätzlich haben wir hinten eine Liste ausgehängt, wo Sie sich für einen Newsletter der SPD eintragen können. Also, da wird alles gepostet, was wir unternehmen, neue Beschlüsse, auch alles neue, was zum Thema Verkehr vielleicht sich in der Zukunft entwickeln wird. Wenn Sie da also auf dem Laufenden sein wollen, dann können Sie sich gerne hier in den Newsletter eintragen. Des Weiteren liegt hinten auch eine Unterschriftenliste für den Ratentscheid, eine Initiative, die einen Bürgerentscheid für, ich sag mal, besseres Ratfahren, um es vereinfacht zu sagen, in Stuttgart ermöglichen will. Auch diese Liste finden Sie hinten. Und als letzte Organisatorische darf ich Sie auch noch herzlich zur zukünftigen Veranstaltung der SPD-Degerloch einladen. Nämlich die nächste Veranstaltung wäre schon bereits am 10. Oktober. Ab 19 Uhr haben wir eine Veranstaltung zusammen mit den Naturfreunden Degerloch zum Thema Poema. Und wir haben noch eine Veranstaltung zum Thema, grob gesagt, Internet, digitale Stadt, Datenschutz. Diese Veranstaltung findet am 22. November um 19 Uhr statt. Beide Veranstaltungen hier in der alten Scheuer. Also ich wiederhole nochmal, Veranstaltung Poema am 10. Oktober ab 19 Uhr und Internet, digitale Stadt, Datenschutz, 22. November auch ab 19 Uhr. Beide Veranstaltungen hier in der alten Scheuer. Und diese zweite habe ich nicht. So. Ansonsten, liebe Bürgerinnen und Bürger, lassen Sie uns noch endlich über Verkehr sprechen. Verkehr ist das Hauptproblem der Stadt Stuttgart. Die letzte Bürgerumfrage aus dem Jahr 2017 ergab, dass 75% der Befragten angegeben haben, dass Verkehr eines der Hauptprobleme der Stadt Stuttgart ist. Und unter diesen 75% sind Meldungen wie zu viele Baustellen oder zu wenig Parkmöglichkeiten noch gar nicht enthalten. Das heißt, dass drei von vier Bürgern in Stuttgart ein Verkehrsproblem sehen. Dieses Problem wurde sogar häufiger genannt, als das Problem, dass die Mieten in Stuttgart zu hoch seien. Wenn auch nur minimal, die Mieten in Stuttgart zu hoch, wurde 73% genannt. Aber Verkehr ist nicht nur ein Problem für ganz Stuttgart oder für die Stadt Stuttgart, sondern Verkehr ist auch ein Problem für Degerloch mit seiner Nähe zur B27, mit seiner Nähe zur Innenstadt, zum Flughafen und der A8. Auch wir in Degerloch haben mit hohem Verkehrsaufkommen zu kämpfen. Und auch die SPD Degerloch und der Degerlocher Bezirksbeirat haben erkannt, dass sich verkehrstechnisch etwas in Stuttgart ändern muss. Und das, liebe Bürgerinnen und Bürger, ist der Titel oder das Thema unserer Veranstaltung. Wir verstehen diese Veranstaltung heute als eine Info- und Dialogveranstaltung. Das heißt, dass wir zuerst Sie informieren möchten über den aktuellen Stand im Degerlocher Bezirksbeirat. Und danach aber auch gerne mit Ihnen diskutieren wollen über die Zukunft des Verkehrs in Degerloch. So, über was genau wollen wir Sie nun also informieren? Im ersten Teil unserer Veranstaltung wird unser Bezirksbeirat Uli Weiß das bisherige Verkehrskonzept des Degerlocher Bezirksbeirats vorstellen. Und es ist uns dann natürlich wichtig und für uns im Interesse zu betonen, welche der Punkte der SPD besonders wichtig sind. Danach wollen wir unser Konzept, ich sag's mal, es erlaubt einem Stresstest unterziehen und uns auf seine Funktionalität überprüfen lassen. Dafür sind wir froh, oder wir sind froh, dass wir dafür Prof. Dr. Ulrich Martin gewinnen konnten. Prof. Martin ist Direktor des Instituts für Eisenbahn- und Verkehrswesen an der Universität Stuttgart. Herzlich Willkommen. Jetzt müssen wir eigentlich nochmal Applaus kommen. Sie waren etwas zu schnell. Das nächste Mal machen wir das mit Zeichen. Das war nicht so witzig. Naja, erläutern Schluss daran, wird mir dann zum zweiten Teil unserer Veranstaltung kommen, nämlich den Bürgerdialog. Hier sollen Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, die Möglichkeit haben, Fragen und Anregungen an uns, an unseren Bezirksbeirat oder an Prof. Martin zu stellen. Ich freue mich jetzt bereits auf eine angeregte Diskussion. Das wäre es nur von mir. Ich gebe das Mikrofon an Uli Weiß, SPD-Bezirksbeirat und Degelhoff weiter. Ich wünsche uns allen einen angenehmen Abend und vielen Dank. Ja, liebe Gäste, liebe Degelhoffer, herzlich willkommen, auch in meinem Namen. Ich versuche jetzt mal ohne Mikrofon, wenn jemand der Meinung ist, dass man mich nicht optimal hört, dann bitte ich um eine Rückmeldung. Also anscheinend geht das so einigermaßen. Ja, wir leben nicht mehr am Zeitalter der Postkutsche. Damals war das für die Bürger schon belastend, wenn ein Hufschlag war oder ein Peitschenknallen. Degelhoff war um 1900 ja bekanntlich ein Luftkurort. Geruhsam, ruhig. Tempi passati, die Zeiten sind vorbei. Heutzutage kämpfen wir mit Lärmproblemen in Degelhoff und das ist ja heute das Thema. Kurz zur Historie, wir als SPD befassen uns schon seit Jahren mit Verkehrsthemen. Mein Vorgänger im Bezirksbeirat, der Klaus Kattner, hat sich da jahrelang, ich möchte sagen jahrzehntelang engagiert. Und wir haben das Thema natürlich immer wieder weiter bearbeitet in unseren Gremien. Es kam jetzt ungefähr im Mai, im Mai diesen Jahres, gab es ein gemeinsames Papier vom GHV, also Gewerbe- und Handelsverein, in Zusammenarbeit mit den Grünen und der CDU. Wir haben das zum Anlass genommen und sind übrigens auch dankbar, dass der Anstoß von dort kam. Wir haben das zum Anlass genommen, unsere Vorstellungen zu aktivieren und auch zu aktualisieren und haben daraus ein eigenes Verkehrskonzept erarbeitet. Es kam dann dazu, dass im Juli im Bezirksbeirat Degelhoch die beiden Konzepte diskutiert werden. Unsere Bezirksvorstellung, Frau Kunhardt-Scheffold, schlug vor, dass man beide Konzepte miteinander verbindet, um letztendlich zu einem einstimmigen Beschluss im Bezirksbeirat zu gelangen. Diese Erarbeitung erfolgte im August. Daran haben der Wilfried Seubert mitgewirkt, der Klaus Karpner und ich an unserem Papier. Die Verbindung wird jetzt stattfinden und wir hoffen, dass es dann einen einheitlichen Beschluss gibt. Geplant ist, dass das gemeinsame Papier im Oktober als Antrag in den Bezirksbeirat eingebracht wird und dann optimalerweise im November ein einstimmiger Beschluss erfolgt. Ein einstimmiger Beschluss ist deshalb wichtig, weil dieser einen ganz anderen Stellenwert hat gegenüber der Stadtverwaltung. Letztendlich sollen ja die Verkehrsplaner die Konzepte für Degelhoch ausarbeiten, konkretisieren. Wir geben Anregungen, die teilweise schon relativ konkret sind, aber trotzdem die Feindlernung kommt dann von den Verkehrsplanern. Und der Ausgangspunkt ist auch deshalb sehr günstig, weil die Stadt, der Stadtrat, erhebliche Gelder für diese Dinge bewilligt hat. Das ist natürlich ein idealer Ausgangspunkt, jetzt mit dem Verkehrsthema an die Öffentlichkeit zu gehen und natürlich auch im Bezirksbeirat einen möglichst einstimmigen Beschluss herbeizuführen. So, wir wollen natürlich heute unsere Ideen als SPD bekannt geben, aber natürlich auch das, was das gemeinsame Konzept ausmacht. Also wir wollen natürlich auch die Bürgerschaft informieren über den Stand der Dinge im Bezirksbeirat. So, das war jetzt sozusagen ein kleiner Prolog, wenn man so sagen darf. Jetzt kommen wir zur aktuellen Situation, das ist ja schon hier auf der Powerpoint. Der Schleichverkehr in Degelhoch, der macht uns ja Kopfzerbrechen. Wir leiten darunter und jeder weiß, es gibt eine sogenannte Rushhour, abends und morgens. Wenn Sie beispielsweise an die B27 denken, wenn Sie als Autofahrer von Hübingen oder Reutlingen oder meinetwegen von der Bundesautofahrer oder Echterdingen kommen, meinetwegen in die Stuttgarter City fahren wollen, stehen Sie in Degelhoch vor der Einfahrt vielleicht 10, 15 Minuten und findige Autofahrer, die haben ihr Navi und finden natürlich Schleichwege und die Schleichwege gehen teilweise durch Wohngebiete und auch durch das Zentrum von Degelhoch und führen zu einer hevlichen Verkehrsbelastung. Das ist klar, Rückschau, lange Wartezeiten, das ist für jeden Autofahrer unerfreulich. Jeder sucht den schnellsten Weg von A nach B, aber das ist für die Anwohner von Vororten wie Degelhoch natürlich nicht immer erfreulich. Okay, passen wir mal weiter, aktuelle Situation, die Fremdparker. Es gibt beispielsweise im Bereich des neuen Friedhofes nicht wenige Fremdparker, die stellen ihr Auto da ab und dann gehen sie zur U-Bahn-Station und fahren mit der U-Bahn in die City. Das ist natürlich unerfreulich, es gibt ja auch bekanntlich ein Park- und Rheitparkhaus, das wird unzureichend genutzt, sage ich mal. Und für die Anwohner in der Gegend Schöttmessstraße in Neufriedhof ist es natürlich ein großes Ergernis, wenn da viele Fremdparker sind. Was haben wir noch? Okay, das mit den kommunalen Geldern, das hatte ich glaube ich vorhin schon erwähnt. Ja, dann kommen wir eigentlich schon zu den Zielen, finde ich mal. Also bei den Zielen will ich eigentlich nur kurz die Überschriften, die jetzt auf der PowerPoint stehen, eigentlich nur wie kurz wiederholen, weil später kommen die Details. Es geht um die Entlastung der Wohngebiete, es geht aber auch um die Aufwertung der Epplisstraße als Einkaufsstraße und die Aufenthaltsqualität dort zu verbessern. Es geht um die Verbesserung der Verkehrsführung auch für Fußgänger und Radfahrer. Letztendlich wollen wir, wie gerade erwähnt, auch die Fremdparker ein bisschen reduzieren. Und dann geht es noch darum, ob die Wohngebiete östlich der Epplisstraße, das sind die Straßen mittlere Straße, Karl-Pafstraße, Arribelstraße, Teile von der Fedistan- und Löwenstraße, inwiefern dort andere Verkehrsführung sinnvoll ist. Ich nenne das Beispiel mal typischerweise die mittlere Straße, die ist stark belastet von Gegenverkehr, von oben nach unten, von uns nach oben. Wir hatten vor ca. drei Jahren schon mal einen Antrag eingebracht, dass die mittlere Straße als Einbahnstraße geführt wird, und zwar von oben nach unten, also sprich von der großen Verderstraße zur Karl-Pafstraße. Das fanden alle ganz gut, aber es war der Vorschlag, man solle doch bitte warten, bis es ein Gesamtverkehrskonzept für Dägeruch gibt und dann wird das Thema wieder aufgegriffen. Jetzt sind wir dabei mit dem Verkehrskonzept für Dägeruch und wir hoffen, oder das ist ja auch Inhalt letztendlich, dass hier sich was tut in diesem Bereich. Ob da andere Straßen nach unten geführt werden können in dem östlichen Bereich, das müssen natürlich die Verkehrsplaner klären, da können wir die Details jetzt heute nicht präsentieren. Dann geht es auch noch um das Thema Parkraummanagement. Der Bezirksbeirat hat tatsächlich vor einiger Zeit, ich weiß jetzt nicht mehr, wann das war, ein Beschluss gefasst, dass im Dägeruch auch Parkraummanagement eingeführt werden soll. Wir sind da noch ein bisschen kritisch, aber letztendlich muss natürlich auch geprüft werden, ob das Sinn macht. So, das waren jetzt die Ziele. Jetzt kommen wir eigentlich schon zu den Maßnahmen. Eppelstraße. Ja, danke für das Bild. Also wir stellen uns vor, dass die Eppelstraße ein Boulevard wird, wo man einkaufen und flanieren kann. Es ist das Stichwort Shared Space, zu Deutsch Mischverkehrsfläche. Alle im Bezirksbeirat sind der Meinung, dass das eine gute Idee ist. Und ich glaube auch, das könnte zu einer erheblichen Aufwertung unserer Haupteinkaufsphase werden. Ja, es ist dort auch viel Verkehr. Das merkt man immer, wenn man dort unterwegs ist. Was bedeutet Shared Space, also Mischverkehrsfläche? Es bedeutet letztendlich, dass alle Akteure, Autofahrer, Busgänger, Radfahrer, Busse gleichberechtigt sich auf dieser Straße fortbewegen dürfen. Normalerweise mit Tempo 20 kmh. Es gibt das Beispiel in Stuttgart City. Dort gibt es eine Shared Space Zone, und zwar zwischen der Paulinenbrücke und dem Willhandsbau, die Tübinger, ja, die Marienstraße, Entschuldigung. Tübinger, 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 sorry. Soweit ich das überblicken kann, funktioniert es ganz gut, wurde gut angenommen. Und wir glauben, dass das eine richtig gute Sache wird, wenn so etwas in Dägerloch auch käme. Es hat natürlich noch einen anderen Effekt. Der GHV hat immer wieder zu Recht darauf hingewiesen, dass man ein bisschen vorbeugend auf so eine Einkaufsstraße schauen muss. Es gibt den sogenannten Trading-Down-Effekt. Dieser Terminus technicus bedeutet letztendlich, dass es manchmal Stadtteile gibt, wo Einkaufsstraßen veröden, weil es ein Laden sterben gibt. Das kann dann passieren, wenn nicht mehr genug Kunden da sind, wenn die Geschäftsfahremieten vielleicht zu hoch sind, wenn auch letztendlich der Umsatz nicht mehr stimmt. Das ist etwas, was wir alle, natürlich auch der GHV, vermeiden wollen. Jetzt aktuell scheint mir das Problem noch nicht so da zu sein, aber man muss natürlich gucken, wie wird die Zukunft. Es gibt in Stuttgart Stadtteile, die von diesem Effekt schon betroffen sind. Ich will jetzt da keine Namen nennen, aber das führt dann gelegentlich dazu, dass die leeren Geschäfte, dass sich dort dann Billigketten, Billigimbisse oder auch Spielhallen niederlassen. Das wäre natürlich eine Katastrophe, wenn so etwas entstehen würde. Das wollen wir natürlich unbedingt immer hin. Das war jetzt das Thema Epple-Straße. Jetzt kommen wir zum Thema Tempo 30. Alle wollen, dass in Dägerloch Tempo 30 kommt. Und zwar, wo soll das kommen? Wir als SPD hatten zunächst mal die Vorstellung, dass das ganz Dägerloch sein soll, wobei man muss gleich dazu sagen, ausgenommen selbstverständlich die B27 und die Jahnstraße, das sind Hauptverkehrsdurchgangsstraßen, dort kann man sowas natürlich logischerweise nicht einführen. Wir waren ursprünglich etwas der Meinung, dass vielleicht auch abgelegene Wohngebiete wie Waldau, wie das Wohngebiet Hainestraße, wie Hoffeld, wie Heix mit einbezogen werden. Aber da scheint sich im Bezirksbeirat die Meinung eher durchzusetzen, dass man das beschränken soll auf den Kern von Dägerloch. Vielleicht können wir an der Stelle gerade mal diese Straßenkerne aufbauen. Warte mal, warte mal, warte mal. Moment, Moment, Moment. Du musst ein bisschen flippen hier. So. Mal gucken, ob das Ding da ein bisschen hier. Also wir haben hier die Nöffelstraße, okay, da haben wir die Jahnstraße, dann haben wir die Reutlinger Straße und dann, wo ist die, wo ist die Alpstraße hier? Ah ja, hier. Also quasi hier, hier rum, soll das Ding für 30 gehen. Darf ich darauf aufmerksam machen, dass in vielen Teilen Dägerloch schon 30 Kilometer ist, außer der Äppelstraße und der Reutlinger Straße. Überall, wissen Sie, nur die meisten, die Schilder stehen nicht dort, oder sind nicht in den Raum. Also, das nochmal wieder zu wiederholen. Wenn es Dägerloch ist, 30 Kilometer. Stimmt nicht. Wofelstraße nicht. Okay, kann man vielleicht über das nachher diskutieren. Also jedenfalls, der Bezirksbeirat möchte das zunächst, sage ich mal, beschränken, auf diesen von mir umfahrenden, rot umfahrenden Kern von Dägerloch, dass dort Tempo 30 eingeführt wird. Ob das dann später vielleicht auch noch ausgeweitet werden kann, auf andere Wohngebiete, die ich vorhin genannt habe. Das muss dann die Zukunft weisen. Das können wir heute nicht alles kreieren. Tempo 30 würde natürlich bedeuten, weniger Lärm, weniger Abgase, mehr Sicherheit. Das sind die Ziele, die dadurch erreicht werden sollen. Und natürlich eine Verlangsamung des Verkehrsdurchflusses in Dägerloch. So, jetzt kommen wir zum nächsten Stichwort Parkraumsituation. Es gibt ja in Dägerloch Parkhäuser. Es gibt beispielsweise das Parkhaus in der Bilderschule. Da könnte man sich vorstellen, dass da ein besseres Parkleitsystem eingeführt wird. Und natürlich, also, ja, und dann Beschilderung natürlich. Die ist, glaube ich, nicht optimal. Da könnte man einiges tun. Dann kommt das Thema Parkraummanagement. Der Bezirksbeirat ist wohl der Meinung, dass das eingeführt werden soll. Oder dieser Beschluss, bitte? Also, das Geld für die Anwohner, das war ja. Ja, ja, klar. Aber das hat natürlich Vor- und Nachteile. Wenn das eingeführt wird, dann entstehen Kosten für die Anwohner. Die müssen da was zahlen. Und es ist damit natürlich auch nicht gesichert, ob da ein Parkplatz dann vorhanden ist. Wir denken, dass das erst mal in Form eines Prüfauftrages an die Verkehrsplaner gerichtet werden soll, um zu sehen, ob das in Dägerloch wirklich notwendig ist. Aber der Bezirksbeirat, der dazu uns gab, hat auch schon einen Beschluss, muss ich sagen, dass das eingeführt werden soll. Wie gesagt, wir werden eher für einen Prüfauftrag. So, dann kommen wir zum Thema Schleichverkehr. Ja, es gibt ja nun einige Straßen, die stark belastet sind durch Schleichverkehr. Das ist typischerweise die Heutlinger Straße, die Gommaringer Straße, die Eblis Straße, zum Teil auch die Albstraße. Mit etwas weniger. Jetzt gibt es die Idee, ich glaube, die kommt vom Herrn Armbruster letztendlich, vom GHV, dass man Kreisverkehre einführt und wie er inzwischen berichtet hat oder auch geprüft hat, gibt es die Möglichkeit, die gab es scheinbar bislang nicht, Kreisverkehre auch mit Pförtnerampeln zu verbinden. Wir denken, dass das geprüft werden soll, ob das eingeführt wird und ob das tatsächlich zu einer Durchflussverringerung des Verkehrs ins Dägerwocher Zentrum führt. Vielleicht können wir da... So, das ist ja da beim EEG, also beim Wirtschaftsgenossen, wohl nach meinem... Sindmaringer, Beckel-Bomaringer ist das. Ja, ja, ja. Sindmaringer, Domaringer, Albstraße. Das ist nach meiner Kenntnis die größte Kreuzung im Dägerwoch, die es so gibt und dort könnte mit Sicherheit ein Kreisverkehr eingeführt werden und wir würden natürlich gerne wissen, wer kann uns da der Herr Professor Martin noch was dazu sagen, wie sich sowas auswirkt. Der Bezirkswahrer ist der Meinung, man sollte das auf jeden Fall prüfen und dann müssen wir sehen, ob das dann auch umgesetzt werden kann. Es gibt natürlich noch ein paar andere Kreuzungen, wo das vielleicht denkbar ist. Die sind zwar etwas enger, die dort, wo die Epplesstraße auf die Reutlinger Straße stößt, aber es gibt wohl inzwischen auch die Möglichkeit, Kreisverkehr reinzuführen mit einem kleineren Radius. Also das wäre zu prüfen. Jetzt kommen wir zum Thema Albstraße. Ja gut, Albstraße, das ist ein etwas kritisches Thema. Der Bezirksbeirat, oder sage ich mal, das Papier, das von GHV, Grünen und CDU in Dorf wurde, tendiert dazu, dass es wohl anscheinend unumgänglich sein soll, die Albstraße zu öffnen. Wir haben da ein bisschen Probleme mit und sehen das etwas kritisch, aber man muss natürlich gucken, wie man das unter einen Hut bringt, weil das Ziel ist ja weiterhin am Ende einen einstimmigen Beschluss im Bezirksbeirat herbeizuführen, um dort die Stadtverwaltung, die Verkehrsplanung natürlich in Gang zu setzen. Ist noch ein bisschen strittig, aber möglicherweise kann man das in Form eines Prüfauftrages so formulieren, dass das noch ein bisschen offen ist. Ich verstehe aber richtig, dass die Albstraße insgesamt Tempo 30 bekommt. Ja, 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 klar. Das war die gute Idee. Ansonsten werden ja mehr Verkehr aufgestellt. Ja, ja, Tempo 30 so genau, das habe ich eben verarmt. Ja, ich wollte es nur ganz konkret wissen, weil das ja schon bei der Schule, also bei den verschiedenen Schulen, in dem Abschnitt ist das ja schon, aber vorher ist es noch nicht. Ja, natürlich die ganze Albstraße. Kommen Sie noch dazu, dass du, also wie zur Brustsituation warst? Ja, kurz. Also das ist ein kritisches Thema. Ja, da kommen wir auch nicht dazu. Moment, wo war ich jetzt Albstraße? Jetzt B27. B27. Ja, also da könnte man, glaube ich, noch einiges tun auf der B27, um die Verkehrslenkung zu verbessern. Da haben wir jetzt keine konkreten Vorschläge, aber da müssen dann die Verkehrsplaner sich die Gedanken machen, was man da tun kann. B27 Auffahrt und Abfahrt. Das Thema Vollanschluss ist vom Tisch. Niemand mehr im Bezirksbeirat, auch nicht der GHV, war früher mal ein bisschen anderer Meinung, möchte noch einen Vollanschluss. Vollanschluss bedeutet, dass eine Abfahrt von der B27 in die Tränke möglich ist. Das Thema ist vom Tisch und da sind wir natürlich froh und dankbar. Das ist, glaube ich, während einer erheblichen Verkehrsbelastung und auch wohl die allermeisten Gewerbetreibenden in der Tränke sehen das inzwischen so, dass das nicht sinnvoll ist, eine Abfahrt von der B27 in die Tränke zu öffnen. Was kein Problem ist, natürlich eine Auffahrt von der Tränke auf die B27 für Autofahrer, die nach Tübingen, Reutlingen oder Bundesautobahn oder echter Ding wollen. Das ist natürlich überhaupt kein Thema. Da hat niemand was dagegen. So, jetzt kommt die Ampelschaltung. Genau. Wir haben, ja, ah ja, genau, das ist ja hier. Mal gucken, was ich hier bin. Wir haben hier, also da kommt wer von den Baldheimen, wird man Richtung Zentrum von Lägeruch. Dann gibt es hier den Abzweig Tränke Straße. Da kann man wieder auf die B27 fahren. Wir stellen uns vor, das haben wir ein bisschen auch, weil ich will das mal so sagen darf, diese Idee, dass die Grünphase, also die Linksabbieger, eine lange Grünphase haben, und dadurch, ja, die dazu zu bewegen, eher wieder auf die B27 zu fahren, weil die Gratausspur soll eine lange Rotphase bekommen und um dadurch den Verkehr etwas zu verlangsamen. Das Ganze soll insgesamt dazu führen, dass letztendlich weniger Autos ins Zentrum von Lägeruch einfahren. Also war es das früher schon? Das war mal früher, das stimmt. Aber das wurde wieder aufgegeben irgendwann. Ich weiß nicht mehr genau wann, aber es wurde geändert. So, was haben wir dann? Das war ganz früher mal so, dass die ganze äußere Äppelstraße, das hatte die SPD damals beantragt, das ist damals auch, das ist jetzt, glaube ich, 20 Jahre her, bestessen worden, dass man morgens nicht reinfahren kann und abends nicht rausfahren kann. Und das war mal abgeschafft worden von der Verwaltung mit der Begündung, dass es nach der Straßenverkehrsordnung nicht möglich wäre. Und deswegen hat man dann andere Lösungsmöglichkeiten. Dann hat 1982 eine Lex-Leiter geschaffen und hat die äußere Äppelstraße aufgemacht. Okay. Okay. Machen wir mal weiter. Stichworte ÖPNV, also weniger Personennahmen, Mobilität. Wir möchten gerne, dass es einen festen Ortsbus gibt, der die Waldau anfährt, Hofwald anfährt, zu festen Zeiten, mit einem festen Fahrplan. Ich glaube, das ist dringend notwendig. Es gibt inzwischen ja einen sogenannten Flexbus oder auch genannt Bus on Demand. Das wurde von der SSB eingeführt. Das bedeutet letztendlich, dass man auf dem Handy mit einer App halt sagen kann, hallo, ich möchte auch mit diesem Bus irgendwo hinfahren und dann holen die einen ab. Das ist aber natürlich für ältere Mitbürger nicht so der Hit wahrscheinlich. Und außerdem gibt es keine festen Zeiten. Also wir glauben, dass es wichtig ist, einen Ortsbus zu installieren. Dann haben wir noch das Thema Öko-Terminal. Ja, das ist uns auch ganz wichtig. Öko-Terminal heißt letztendlich, dass es Plätze gibt, wo Ladestationen für Elektromobilität, sei es E-Bikes, sei es Elektroautos, hergestellt werden, die dort aufgeladen, also die Fahrzeuge aufgeladen werden können. Es soll außerdem dort die Möglichkeit geben, Treffpunkte zu schaffen für Mitfahrgelegenheiten. Insbesondere ein jüngeres Publikum führt ja gerne mal mit MFG, also Mitfahrgelegenheit, was weiß ich, nach München, Frankfurt oder sonst wo. Ich kenne das von meinen Kindern. Und da gibt es ja auch so eine App, die nennt sich Blabla K. Und da organisieren die das halt untereinander. Und da soll das, denke ich, wäre es gut, wenn es da einfach feste Treffpunkte gibt, die dort aber dauerhaft installiert werden. Und was haben wir hier noch? Ja, wo könnte das stattfinden? Am ZOB, also am Altplatz und vielleicht aber auch am Heikst, Waldau und Hofelder. Könnten wir uns vorstellen, dass welche Öko-Terminals eingerichtet werden? Wir denken, dass es auch wichtig ist für die Zukunft, weil es wird ja mittelfristig darauf hinauslaufen, dass irgendwann der Verbrennungsmotor abgeschafft wird. Irgendwann, sagt man. Und die Tendenz geht dann ja mehr zu alternativen Antriebsquellen, ob das jetzt Elektrohybrid oder weiß Gott was ist. Jedenfalls glaube ich, dass es sinnvoll ist, hier schon mal an die Zukunft zu denken. So. Jetzt sind wir eigentlich schon nochmal kurz an den Hauptzielen. Also, das sind die drei Stichworte. Eble Straße soll ein schöner Boulevard werden, Mischverkehrsfläche, wo man flanieren und kaufen kann. Vielleicht da auch noch ein Stichwort. Es wird ja heutzutage auch ganz gerne von einem Einkaufserlebnis gesprochen, weil nicht wenige Mitbürger, die inzwischen ihre Einkäufe nicht mehr vor Ort kaufen, sondern das einfach bestellen, sich nach Hause bringen lassen. Und ja, ich glaube, die Läden müssen schon was tun, insbesondere die kleineren Läden, die inhabergeführten Läden. Und wenn dann die Eble Straße so aufgewertet wird, dass das auch ein bisschen so ein Einkaufserlebnis ist. Heute haben wir ja wie heißt es? Late Shopping Night oder irgendwie in Dekernow. Also in die Richtung geht es und glaube ich, das ist auch ein Anliegen vom GHV. Ja, also Ausbau der Eble Straße als Boulevard, das wäre eine gute Idee. Ich glaube, das finden alle eine gute Idee, auch alle im Bezirksbeirat, wenn ich das richtig sehe. Tempo 30 habe ich vorhin schon erwähnt. Das ist natürlich auch wichtig. Und dann das Thema Unkultur. Das waren unsere Vorschläge. Das war auch jetzt meine Präsentation. Da bin ich am Ende und würde gerne das Wort an Herrn Professor Martin übergeben. Machen wir das? Ja. Ja. Okay. Wo ist der Herr Carsten? Der moderiert ist. Ich bin hier. Ah doch. Entschuldigung. Also wegen mir, wo das natürlich kein Problem ist. Dann müssen wir die Frage gleich. Ja. Wenn ich nicht beim machen kann. was ist eigentlich der Unterschied? Sie sagten jetzt, der Verkehrskonzept vor über einem Jahr hat er doch alle Bezirksbeirke, haben wir auch gar schon abgestimmt, dass es Verkehrskonzept geben soll, aber dass es dann an die Stadt gelegelt wird. es wurde kein konkretes Verkehrskonzept erstellt, sondern es wurde einfach nur der Wunsch geäußert, dass ein Verkehrskonzept arbeitet wird, aber nichts Konkretes. Ja. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, Es war also nicht vorgesehen, auch in der Vorabstimmung, dass wir jetzt ein Konzept entwickeln oder ein Projekt diesbezüglich auf den Weg bringen, um die Maßnahmen, die hier vorgeschlagen wurden, auch unmittelbar zu prüfen. Das geht auf jeden Fall. Dafür gibt es auch eine ganze Reihe von Anbietern. Ein Teil kann auch die Stadt Stuttgart selber machen, das Stadtverhandlungsamt und so weiter. Da sind Modelle vorhanden, wo man also solche Maßnahmen dann abbilden kann und auch die unmittelbaren Wirkungen sieht. Und da ist gleich eine erste Empfehlung. Es wurde ja heute schon mehrfach von Prüfaufträgen gesprochen. Da könnte man sich vorher natürlich dann auch mal genauer anschauen, welche Wirkungen solche Maßnahmen dann entfalten. Und dann möchte ich noch kurz eingehen. Sie haben verschiedene Fragen an mich gerichtet, auch in Ihrem Vortrag bereits. Tempo 30, das klingt erstmal an sich verlorent. Aber, ich hatte gerade von Wirkungen gesprochen, man muss dann auch im Blick haben, ohne dass ich jetzt Tempo 30-Zonen ablehne dadurch, aber man muss im Blick haben, dass das dann auch für den ÖPNV gilt. Das heißt, konkret für den Bus. Und das könnte gerade in Stuttgart mit der schwierigen Topografie Auswirkungen auf die Busfahrzeiten haben. Da kann man so ein paar, gut, die paar Sekunden oder Minuten, die das ausmacht, ist für die Leute, die im Bus sitzen, nicht so schlimm. Aber, das bedeutet auch, dass sich die Umlaufzeiten der Busse ändern. Das heißt, möglicherweise braucht man dann mehr Busse und mehr Personal für diese Busse. Kann ich jetzt nicht sagen, ob das hier der Fall ist oder nicht. Es ist nur die Anregung, dass man das nicht völlig außer, aus dem Blick verlieren sollte. Und alternativ, Moment, ich will nur den Satz zu Ende bringen, alternativ wäre eben auch die Frage zu stellen, wie in Stuttgart meistens nur theoretisch gestellt werden kann, aufgrund der Platzverhältnisse, ob man da nicht separate Busuhren schafft, wo dann die Busse eben störungs- und behinderungsfrei fahren können. Bitte schön. Laut Verkehrsminister Herrmann muss der Bus in Dägerloch 50 Kilometer fahren. Er muss aus der Eble-Straße raus. Man muss kombiniert mit der Rubens-Straße machen, dass er dorthin fährt. Aber der Bus muss, wenn er eine separate Spur hat, 50 Kilometer fahren, nicht 30. Ich kann es jetzt weder bestätigen noch dementieren, aber es geht genau in die Richtung, wenn wir dem Verkehrsminister glauben, dann hat das auf jeden Fall einen sachlichen Hintergrund. Ja, bitte. Ich möchte Stab 2, weil es gibt Intervalle im Osten, im Süden, im Westen, viele Straßen, bei denen starker Busverkehr herrscht, und die sind Tempo 40. Also da geht es auch, dass man diese Temporrezentierung einhält, und man muss auflegen, ob Tempo 50 tatsächlich einleitende Bus hat. Weil auf der Altstraße, beispielsweise in diesem kleinen Abschnitt, ist hier auf Urlinger Straße, ist oft Tempo 70 der Fall, und nicht Tempo 50. Da wäre es schon mal für die Anwohner, vom Lärm, von den Erschütterungen, von den Abgasen her, wichtig, dass da eine Reduzierung passiert. Weil auf diesem kurzen Abschnitt kann mir keiner erzählen, dass diese Verspätungen einholen, oder frühmorgens, kurz nach vier, es notwendig ist, dass drei Busse hintereinander mit einem Affenzahn darunter rasen. Ich glaube, Sie haben mich falsch verstanden. Sie haben mich falsch verstanden. Ich habe nicht gesagt, es geht nicht. Ich habe nur gesagt, dass man den Blick etwas weiten muss, ja, und diese Dinge auch mit berücksichtigt bei seiner Entscheidung. Wenn jemand sagt, ein Bus muss Tempo 50 fahren, habe ich nicht gesagt. Entschuldigung, guckt Sie, das kann ich nicht. Da hat es gesagt, wirklich. Ja, ist aber auch nicht. Gut, vielleicht kann man, ich glaube, das probieren wir heute Abend, hier auch nicht. Ich wollte nur den Hinweis bringen, dass man dies auch mit betrachtet. Ob das nachher eine Auswirkung hat oder nicht, kann ich Ihnen, das hatte ich ja eingangs gesagt, jetzt definitiv nicht sagen. Es kam ja nur der Hinweis, der Verkehrsminister hätte gesagt, kann ich nicht beurteilen. Ich habe das auch nicht für den Verkehrsminister untersucht. Also das muss ich einfach aus meiner Erfahrung, aus meiner Geschichte, Ihnen nochmal wirklich recht geben, weil ich kenne die Diskussion aus der Altstraße. Es war nämlich früher so, dass die Busse dort bloß in eine Richtung gefahren sind, aber sie in zwei Richtungen aufgemacht. Und ich kann mich jetzt sehen, dass alle Aktivitäten, selbst wenn man sich auch mit nur der Altstraße gesprochen hat, die Erschütterung, auch mit dem, wo 50 sind, in den Wohnungen wirklich deutlich zu hören. Und deswegen haben wir damals gesagt, warum müssen alle Busse durch die Altstraße durchfahren? Das Gewerbegebiet Ringe ist hervorragend durch nacheinander folgenden Busse angebunden. Warum kann man nicht einen Teil der Busse über die B27 auf die Filterbau schicken? Ich bin ja gar nicht dafür oder dagegen, ich wollte nur den Aspekt als solches erwähnen. Und nächste Frage waren dann, achso, vielleicht zu Tempo 30, die Stadt Stuttgart hat ja jetzt beschlossen, das mal versuchsweise für den Nachtbereich im gesamten Stadtgebiet umzusetzen. An sich finde ich es erst mal von der Sache her nicht schlecht, dort sukzessive vorzugehen. Im Parkraummanagement war das ja auch so, dass man das jetzt Stück für Stück ausweitet, um auch mal neben allen Theorien, die man vorher haben kann, da komme ich nachher auch noch mal drauf zu sprechen, ist die Praxis immer noch der Prüfstein am Ende, dass man erst mal anfängt mit bestimmten Bereichen und dann ein Konzept hat, wie man das ausweitet, dass man auch Erfahrungen sammeln kann und an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal nachjustieren. Das wäre ein zweiter Hinweis zu dieser Geschichte Tempo 30-Zone. Frage Kreisverkehre, das ist auch ein ambivalent zu betrachtendes Thema. Wir leiden so ein bisschen an der sogenannten German Disease. Wir sehen immer alles in Deutschland ziemlich schwarz und weiß. Momentan sind wir im Kreisverkehrshype. Also jede Gemeinde, die was auf sich hält, hat mindestens drei Kreisverkehre. Und das ist auch aus ingenieurtechnischer Sicht eigentlich nicht so der richtige Ansatz. Sondern man muss sich das Problem anschauen und muss dann gucken, wie kann es gelöst werden. Wir hatten jetzt bei der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft hier am Montag in Stuttgart einen Vortrag von der Verkehrschefin der Stadt Zürich. Zürich ist ja nun auch durchaus dafür bekannt, dass man sich da sehr viel Gedanken um die verkehrstechnischen Lösungen macht, auch den ÖV. im Blick hat. Und sie ist strikt gegen Kreisverkehre in Zürich. Ich will damit nicht sagen, dass ich ihre Meinung vollkommen teile, nur dass es da unterschiedliche Ansätze gibt. Sie sagt also, in Zürich würden Kreisverkehre den zunehmend verstärkten öffentlichen Verkehr zu stark behindern. Das war ihre Aussage an dieser Stelle. Sie hat das dann auch an verschiedenen Beispielen belegt. Also gilt auch hier, es ist nichts gegen Kreisverkehre grundsätzlich einzuwenden, aber man sollte sich auch die Wirkungen anschauen, die dann an bestimmten Stellen dort entstehen, wenn man einen Kreisverkehr dort dann installiert, bis zu einem gewissen Füllungsgrad. Das kann ich sagen, das ist also auch nachweisbar, sind Kreisverkehre beschleunigend. Wenn aber der Füllungsgrad zu groß wird mit Fahrzeugen, dann bilden sich ganz schnell auch rückstaus, die dann eigentlich unerwünscht sind. Also es kann gut sein, muss aber nicht zwangsläufig. Soviel vielleicht zu den Vorbemerkungen. Der Vortrag selber ist jetzt mehr so vom Blick her auch etwas geweihtet mit einigen Überlegungen bezüglich Degerloch, aber vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, weil so ein bisschen Degerloch ist überall, wenn wir hier in Stuttgart gucken. Und die Verkehrssystemgestaltung sprengt ganz schnell die Grenzen eines Stadtbezirks. Das hatte ich versucht, auch mit dem Beispiel zu plakatieren, wenn wir uns anschauen, dass dann die SSB vielleicht zusätzliche Fahrer braucht, zusätzliche Busse oder ähnliches. Das sind dann Wirkungen, die über den Stadtbezirk auch hinausgehen. Insofern ist es wichtig und richtig, sich mit den Dingen im unmittelbaren Nahumfeld zu befassen, ohne dabei aber ein Stück weit den Blick darüber hinaus zu verlieren. Ich habe einige Vorüberlegungen, wie gesagt, so eher allgemeiner Art, die aber für Degerloch genauso zutreffen wie für den Stuttgarter Süden oder andere Bereiche. Dann werde ich etwas sagen zu Konzepten diesbezüglich, und zwar, wenn ich irgendwo den Verkehr restriktiv beschneide, was an vielen Stellen sicherlich durchaus sinnvoll ist und notwendig ist, dann muss ich mir aber überlegen, welche Alternativen biete ich an. Das ist ja auch schon ein Stückchen angeklungen bei Ihnen und da kommt es aus meiner Sicht insbesondere darauf an, auch diese Alternativen gleichermaßen zu verfolgen. Denn letztlich sind wir an eine schon möglichst attraktive Mobilität gewöhnt. Wir fordern die für uns selber auch ein und da kann man natürlich nicht sagen, ja, für den Degerlocher stimmt das schon, aber für den, der in Heslach wohnt oder in Wangen wohnt oder woanders wohnt, für den gilt das in dieser Form nicht. Also insofern muss man hier sehen, wie schafft man Alternativen mit dem durchaus verständlichen Ziel, den motorisierten Individualverkehr zurückzufahren, ohne dadurch die Mobilität, an die wir uns alle schon gewöhnt haben auch ein bisschen. Das fällt uns erst auf, wenn irgendwo mal der Horn drin ist, in der S-Bahn oder in der Stadtbahn oder so, dann merken wir das, wie wir doch schon dran gewöhnt sind an diese modernen Mobilitätsangebote, ja, dass wir die dann als Alternativen schaffen. Und schließlich dann ganz kurz Versuch einer Prognose. So, da sind wir schon bei den eigenen Ansprüchen auf der einen Seite und den Ansprüchen der anderen. Im Prinzip möchten wir für uns selbst möglichst attraktiven Zugang zu Bus, Bahn, auch einen eigenen Parkplatz vorm Haus und so weiter, das soll alles sein, aber nur für uns selber und nicht so für die anderen. Das betrifft die Erreichbarkeit, das betrifft auch die Geschwindigkeit, wir wollen schnell ins Geschäft kommen, früh und nachmittags, abends schnell wieder nach Hause und bequem. Und das betrifft auch die unterschiedlichen Verkehrsträger. Ich war noch auch so ein bisschen davor, dass den motorisierten Individualverkehr zu verteufeln, selbst wenn wir unsere Anstrengungen deutlich erhöhen, neue Mobilitätsangebote zu schaffen, vorhandene öffentliche Mobilitätsangebote auszuweiten, wird uns das Auto noch sehr lange begleiten. Das ist, glaube ich, erkennbar schon daran, dass die Ziele der Elektromobilität, der Bundesregierung, schon der vorhergehenden, quasi nicht erreicht werden können. Das ist natürlich ein ganz wesentlicher Aspekt und hier, ja mal so dargestellt, plakativ, kommt es also darauf an, wie schaffen wir es, unsere Mobilität zu sichern und zwar in einer Form, dass also auch die anderen die Chance haben. Ich möchte ein Beispiel nennen dafür, es ist ein paar Jahre her, Frau Hakel, vielleicht wissen Sie es genauer als ich, da hat man im Stuttgarter Süden die Dachswaldstraße in einer eigenmächtigen Aktion für den Durchgangsverkehr gesperrt. Das war eine eigenmächtige Aktion vom Bezirksbeirat seiner Zeit und über Nacht für den Durchgangsverkehr gesperrt. Das war nachher rechtlich nicht zulässig, wurde nachher auch schnell wieder abgeschafft, aber dort konnte man sehr gut beobachten, die Leute, die am Dachswald wohnten, wollten den Durchgangsverkehr dort raus haben, aber sie haben sich aufgeregt, schon unten in Heslach, dass sie dann im Stau stehen, auf der B14. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit der ganzen Geschichte und die Herausforderung, die wir haben. Dann die Wirkung des Verkehrs, insbesondere gesichtlich der Emissionen, was jetzt die Akzeptanz angeht und auch die Grenzwerte. Hier gibt es auch eine große Diskrepanz zwischen der subjektiven Wahrnehmung und der Realität. Ich habe hier mal ein Beispiel gebracht, ich habe leider nichts von vergleichbares von Weber noch gefunden, aber vielleicht war das damals auch ganz lauschig. Das ist aus dem Jahr 1924, ist jetzt Berlin, der Potsdamer Platz, sozusagen, und wenn man sich mal anschaut, was da los war, da haben wir Pferdevorwerke, da haben wir Automobile schon, Busse, die Straßenbahn, fährt hier auch schon, sieht man hier an den Gleisen, und das ist alles, das sieht man jetzt nicht so ganz gut, das ist Kopfsteinpflaster. Und wenn mir jetzt jemand erzählen will, dass es damals sehr leise war in Berlin blauschig, dann kann ich das nicht so richtig nachvollziehen, obwohl ich damals noch nicht gelebt habe, so gegebenermaßen, aber was will ich damit sagen, natürlich ist Verkehrslärm ein Thema, ist ein wichtiges Thema, und ich bin auch der Meinung, dass wir hier Anstrengungen unternehmen müssen, um diesen Verkehrslärm zurückzudrängen, aber objektiv, das ist auch nicht verkehrt, das ist auch nicht schlecht, aber objektiv müssen wir feststellen, dass der Verkehrslärm nicht zunimmt, objektiv geht er zurück, seit vielen Jahrzehnten. Nichtsdestotrotz spricht nichts dagegen, dass wir sagen, wir sind heute sensibler, wir möchten es trotzdem leiser haben. Und das ist eine verständliche und durchaus sinnvolle Zielstellung. Bloß, ich will mal sagen, jetzt auch aus ingenieurtechnischer Sicht, ist es natürlich so, wenn der Verkehr leiser wird, dann ist durch das logarithmische Hören unseres Ohres sind 5 Dezibel etwa eine Reduzierung um die Hälfte in unserer Wahrnehmung. Und wenn wir schon ziemlich weit unten sind, das noch leiser zu machen, dann müssen wir unsere Anstrengungen deutlich erhöhen. Das bedeutet mehr Aufwand und auch mehr Gehirnschmalz, neue technische Lösungen, aber um das einordnen zu können, ist es, glaube ich, ganz hilfreich. Auch was jetzt Schadstoffe und Emissionen angeht, den Straßenverkehr, auch die haben mit Sicherheit nicht zugenommen. Jetzt wurde ja festgestellt, nicht von uns, ich habe sie auch noch zur Kenntnis genommen, dass die erhöhten Feinstaubmesswerte im Frühjahr nicht durch den Straßenverkehr verursacht wurden, sondern durch einen starken Kölnflug. Jetzt wollen wir doch mit Sicherheit nicht dazu übergehen, Bäume und Blumen aus Stuttgart zu verbannen, um die Feinstaubwerte zu reduzieren. Auch die Höhe der Grenzwerte muss man sicherlich schauen, natürlich auch da geht es darum, die sukzessive zu verringern, aber immer in einem verhältnismäßigen Maß, was auch praktisch umsetzbar ist. Und zum Feinstaub nur mal als Hinweis, ich will das auch nicht negativ alles nur werten, sondern nur als objektiven Hinweis, am Neckartor ist ja die Feinstaubbelastung bekanntermaßen extrem hoch im Straßenverkehr, das ist also der Brennpunkt, man spricht von Deutschland, von Stuttgart und in der Realität ist es aber so, dass der durchschnittliche Wert der Feinstaubbelastung in unseren Wohnungen oftmals höher ist. Das auch nur mal zu den Grenzwerten, damit man das einordnen kann. Natürlich kann man sich entscheiden, das noch weiter runterzufahren. Und als Benchmark, ich bin da auch kein Experte, aber ich suche mir dann einen Benchmark, wo ich das einordnen kann für mich, als Benchmark muss man sehen, die Lebenserwartung an sich in Deutschland und in Stuttgart steigt ja rasant an. Also das sind natürlich Punkte, die man einfach mal zur Kenntnis nehmen muss und daraus dann Schlussfolgerung ziehen. Also wenn das jetzt nicht wirklich so streng ist mit diesem Feinstaub, warum macht man dann überhaupt Feinstaub-Alarm und warum wird es dann bei der Vorgesellschaft nicht? Tja, ich bin nicht dafür verantwortlich, das zu machen, ich bin auch nur derjenige, das zur Kenntnis nimmt. Nebenbei gesagt, ich finde es auch gar nicht so schlecht, weil dadurch eben der motorisierte Individualverkehr etwas eingeschränkt wird, von der Wirkung her. Aber ansonsten ist es ja auch so, dass mit Hinblick auf die Diesel Fahrverbot auf den Feinstaub-Alarm verwiesen wird. Gerade die Dieselfahrzeuge sind, was den Feinstaub anbetrifft, nicht die Hauptverursacher. Das hängt damit zusammen, weil durch die Turbo diese mehr Luft ansaugen, als sie dann hinten ausblasen. Warum man das dann auch Feinstaub nennt, obwohl es NOx getrieben ist, das dürfen Sie mich nicht fragen, es ist aber so. Das ist aber eine andere Geschichte, deshalb sage ich ja, diese Emission, mir geht es auch nicht darum zu sagen, das Kleinstreben, das ist alles nicht schlimm, sondern das nur in den Zusammenhang zu stellen. Und dennoch ist es natürlich wichtig, dass wir hier sukzessive nach den technischen und finanziellen Möglichkeiten versuchen, das immer weiter zurückzudrehen. Da spricht gar nichts dagegen. So, Personenverkehr versus Güterverkehr. Wir sind es gewohnt, dass wir bestens versorgt sind mit unseren Waren des täglichen Bedarfs. Wenn wir irgendwo bei, wie heißen sie, Amazon oder irgendwo ein Päckchen bestellen, dann möchten wir das morgen, spätestens übermorgen vor der Tür haben und so weiter. Das heißt, das ist ja alles Güterverkehr. Auch unsere Entsorgung, Müll, Papier und so weiter, ist alles Güterverkehrsgetrieben. Und da stellt sich eben auch die Frage, ein Stückchen Güterverkehr brauchen wir schon. Wir merken das erst, wenn es nicht da ist. Und wenn eben der Lkw, wo die B27 reinkommt, durch Degerloch fährt, da beliefert dann vielleicht die Leute nicht ein Degerloch, aber ein Heslach. Da können wir sagen, es gehen uns die Heslacher an. Das ist nicht so einfach zu lösen. Das heißt, wir müssen auch gewisse Räume schaffen für den Güterverkehr, weil wir davon selbst profitieren. Wir können das ja selber in die Hand nehmen, indem wir sagen, wir bauen dann unser Gemüse selber an und ähnliches, aber das ist in Stuttgart für die meisten Einwohnerinnen und Einwohner auch recht schwierig. Dann Anspruch, Zielstellung und Umsetzung. Wir fordern umfassende attraktive Mobilitätslösungen. Auf der einen Seite völlig zu Recht, aber auf der anderen Seite ist aus meiner Perspektive die Verhältnismäßigkeit von Investitionen und Kosten völlig aus dem Gleichgewicht geraten in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Warum? Wenn ich mir anschaue, bei der Europäischen Zentralbank, da wurden bis zum letzten Jahr monatlich 60 Milliarden gedruckt, Euro, ohne Gegenleistung. Jetzt sind es nur noch 30 Milliarden pro Monat. Dann ein anderes Beispiel aus der Wirtschaft. Es gibt ja einen bekannten Konzern, der ist nicht aus Stuttgart, der liegt ein bisschen weiter nördlich. Der hat mit Strafzahlungen zwischen ich glaube 17 und 21 Milliarden Euro zu rechnen und hat trotzdem das beste Betriebsergebnis seiner gesamten Geschichte eingefahren. Wenn man sich diese Zahlen anschaut, die sind ja für Sie vermutlich auch hier, sage ich jetzt mal vermutlich, weiß es nicht, für mich auf jeden Fall, sind die unfassbar. Was mir gerade ist, die Rückstellung, die Mühe, was ich, naja, gut, aber die müssen auch irgendwo herkommen. Aber wenn ich jetzt eine Milliarde sehe, das ist für mich ein unfassbarer Betrag. Ich kann zwar die Zahlen, die Nullen aufschreiben, aber ich habe es nicht auf dem Konto, das sind keine Summen, mit denen ich so täglich umgehe. Und insofern ist es also schwierig, diese Dinge auf der einen Seite zu sehen und dann auf der anderen Seite, wenn es darum geht, unsere Verkehrssysteme auszubauen, egal ob jetzt Bahn oder Bus oder auch der schöne Vorschlag, eine Einkaufsstraße zu machen, aus der Äpfelstraße, verkehrsfrei. Dafür sind die Mittel ja auch, das ist ja auch nicht billig, aber die stehen ja in keinem Verhältnis zu diesen anderen Summen, die so durch die Gegend geistern. Also da ist eine Diskrepanz da und da stellt sich die Frage, wo ist die Gewichtung? So, und jetzt ist natürlich der große Punkt, ha, ist ganz einfach immer, wo liegt die Ursache? Jetzt geht es dann immer ins Politik-Bashing. Die Politik muss ja mal, wir sind ja heute am richtigen Ort hier, das betrifft alle Parteien gleichermaßen, aber ich sage, nein, eigentlich, wieso immer Politik-Bashing? Am Ende sind wir ja selber auch ein bisschen schuld. Der Herr Singer hat vorhin so schön gesagt, die Verkehrsthemen haben die größte Bedeutung bei den Bürgerbefragungen und so weiter und so fort. Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube, darf ich da mal zitieren, weil jeder möge sich mal selber prüfen. Ich schließe mich da völlig mit ein. Unsere Wahlentscheidung treffen wir in der Regel nicht aufgrund von Verkehrsthemen, die treffen wir in aller Regel aufgrund von anderen Themen. Im kommunalen Bereich spielt der Verkehr immer noch eine gewisse Rolle mit, aber sobald wir den kommunalen Bereich verlassen, sind die Verkehrsthemen für die Wahlentscheidung der meisten Leute nicht primär. Dafür gibt es auch eine schöne Studie, die ist nicht von uns, deshalb kann ich das ja auch nennen, ist von einer Stefanie Sonnenschein, da kann man das mal nachlesen, dass wir also psychologisch, subjektiv geprägt sind bei unseren Wahlentscheidungen und da spielt also der Verkehr keine große Rolle, obwohl alle Parteien vor den Wahlen brav immer sagen, wie wichtig Infrastruktur ist, wie wichtig Verkehr ist und so weiter, am Ende ist das nicht das entscheidende Kriterium und auf der anderen Seite ist die Verkehrssysteme und Infrastruktur gestalten in langfristiger Prozessen und wenn wir uns die Wahlperioden anschauen, dann sind viele Projekte deutlich länger ausgerichtet als die Wahlperioden und das ist natürlich eine Schwierigkeit. Das heißt also, Zwischenfazit an dieser Stelle, ein bisschen Schuld sind wir alle selbst. Wenn wir die Verkehrsthemen selbst als so wichtig empfinden würden und unser Wahlverhalten danach ausrichten würden, dann würden auch die Parteien da anders sicherlich Druck machen an diesen Stellen, in den unterschiedlichen Ebenen. Oder stimmt das nicht? Wir können uns ganz wählen, das ist doch kein Problem. Nein! Du sagst das ja mal parteineutral, ne? Aber da ist schon ein bisschen was dran an dieser Stelle. Wir schimpfen alle. Ich fahre, ich habe schon selbst, ich bin also kein Autofan, ich habe schon seit über 13 Jahren jetzt gar kein Auto mehr, nicht aus ideologischen Gründen oder weil ich die Welt verbessern will, sondern weil sich für mich einfach der Aufwand und der Nutzen im Verhältnis nicht lohnen. Der Aufwand wäre auch für mich viel größer. Aber der Punkt ist an dieser Stelle einfach, dass wir unsere Unmut zum Ausdruck bringen, wenn ich mit dem Bus über die B14 fahre, sehe ich jeden Früh dann den Stau, der sich da am Heslacher Tunnel bildet. Da sind auch viele Stuttgarter Kennzeichen. Man hat den Eindruck, manche brauchen das auch früh, den Stau, um richtig wach zu werden. Ich weiß es nicht, was für die Leute treibt. Jedenfalls im Wahlverhalten spiegelt es sich nicht wieder. Und jetzt sehen wir noch etwas anderes. Wir fordern eine attraktive Mobilitätslösung, aber die Bevölkerungsentwicklung und Dichte sowie die Siedlungsstruktur berücksichtigen diesen Aspekt eben nur unzureichend. Und da kommen wir auch so ein bisschen an die Grenzen dessen, wenn wir auf der einen Seite die gerade gezeigt, eine langfristig perspektivische Entwicklung haben wollen, auf der anderen Seite aber die Randbedingungen gar nicht richtig fassen können. Hier ist mal dargestellt, die Studie von der, die ist auch allgemein anerkannt, von der Bertelsmann Stiftung für ganz Deutschland, Wegweiser demografischer Wandel. Und hier links aufgetragen, die Einwohnerzahl von Stuttgart von 1990 bis zum Jahr 2030. Und hier sehen wir die blaue Linie, die zeigt also die reale Entwicklung. Dann sehen wir die rote Linie, das ist Stand 2006, da ist man noch von einem Rückgang der Bevölkerung in Stuttgart ausgegangen. Dann wurde die Studie korrigiert, 2009, dort wurde dann ein leichter Anstieg schon vorausgesehen. Und dann gab es eine weitere Korrektur, 2015, gelb da geschätzt, hier sieht man schon einen deutlichen Anstieg. Und die Realität, wenn wir uns das anschauen, hat das schon lange überholt. Das heißt, Stuttgart wächst momentan viel schneller, als das ursprünglich prognostiziert wurde. Bei der Verkehrssystemgestaltung können wir ja nichts anderes machen, als auf diese Prognosen zurückzugreifen. Das ist eben das, was wir haben, was Besseres haben wir nicht. Und das bedeutet aber, wenn wir einen solchen Anstieg haben, dass also der Binnenverkehr in Stuttgart auch eine immer wichtigere Rolle spielen wird. Und das müssen wir berücksichtigen in der Verkehrssystemgestaltung. Das werden wir nachher auch sehen, gar nicht vom Trend her die Leute, die von außen kommen, die uns das Leben verkehrsmäßig schwer machen, sondern es sind zunehmend wir Stuttgarter selbst hier. Und dann müssen wir eben auch im Blick behalten, dass die Mobilität ein verfassungsgemäßes Grundrecht für jeden darstellt. Das heißt, auch für jeden, der nach Stuttgart neu kommt, gelten die gleichen Rechte, mobilitätsbezogen, wie für alle, alteingesessenen. Man kann jetzt nicht sagen, ich wohne ja schon in der dritten Generation, ich brauche freie Fahrt und die Neue dazukommen, die soll ja mit dem Bus fahren oder so. Das geht nicht. Also müssen wir das auch berücksichtigen. Um das nochmal darzustellen, das sind jetzt Zahlen, offizielle Zahlen von der Landeshauptstadt Stuttgart. Ich zweifle die erstmal nicht an, ich nehme die als verbindlich. Und dann sehen wir also, dass diese künftige Entwicklung auf ziemlich volatilen Prognosen beruht. Hier auf der einen Seite die Markungsgrenze in der hellgrünen Linie dargestellt. Hier sehen wir einen stark zunehmenden Trend der Kraftfahrzeuge. Und dann wird immer noch extra erhoben, der Kesselrand. Das ist diese grüne Linie. Und das wird hier von 1980 bis 2016, das sind die letzten Zahlen, die es am Viertel gibt, die 17er kommen demnächst, erkennbar. Und hier sehen wir also, dass am Kesselrand, und das ist ja für Degerloch entscheidend, weil der größte Eintrag im Verkehr kommt über Degerloch, die haben einen tendenziell rückläufigen Trend am Kesselrand. Das sind also Dinge, die man bei der Verkehrssystemgestaltung mit berücksichtigen muss. So, hört sich alles dramatisch an, aber aus meiner Sicht kein Grund zur Resignation. Wir brauchen, das ist ganz wichtig, irgendwo ist auch immer ein bisschen Ideologie dann sicherlich bei diesen Dingen dabei, aber letztlich brauchen wir, wenn wir etwas erreichen wollen, immer auch klare Zielstellungen, die widerspruchsfrei eingebettet in übergeordnete Konzepte zur Verkehrssystemgestaltung sind. Übergeordnet heißt jetzt aus Blick des Stadtbezirks hier in das Stuttgarter Konzept, aber auch in das regionale Konzept mit langfristig verbindlichem Konsens der Bevölkerungsmehrheit. Insofern sind solche Veranstaltungen wie heute Abend ganz wichtig unter Berücksichtigung einer ganz klaren Priorisierung auch gesellschaftlicher Interessen. Wir müssen das auch überprüfen, ist das Verhältnis zwischen Individualinteressen und gesellschaftlichen Interessen momentan noch ein Gleichgewicht? Ich muss auch ein bisschen zurückstecken können, ich wohne, vielleicht ist das schon so indirekt rausgekommen, ich wohne in Heslach, aber ich muss auch ein bisschen zurückstecken können, damit der Degelhocher sich gut in Stuttgart bewegen kann. Und so weiter. Und was auch wichtig ist, aus meiner Sicht, eine klare Resultatsverantwortung der Entscheidungsträger. Was nicht immer ganz einfach ist, weil diejenigen, die etwas angestoßen haben, dann gar nicht mehr an die Verwirrung sind, wenn das mal realisiert wird. Aber bei manchen Sachen kümmern wir uns da doch noch viel besser. Jetzt zu den lokalen Konzepten. Wenn wir den Verkehr, den mobilisierten Immobilienverkehr, reduzieren wollen, dann müssen wir gleichzeitig dafür kämpfen, wenn unter der Bedingung, die ich genannt hatte, dass wir unsere Mobilitätsbewohnheiten nicht aufheben wollen, unsere attraktive Mobilität, die wir momentan haben, dass dann Alternativen geschaffen werden. Was passiert jetzt? Und hat eine Bedeutung für die wir noch? Beispielsweise die Verlängerung der U6 zum Flughafen. Voraussichtliches Enkel des Baus wird 2021 sein. Damit hat man 20 Minuten Fahrzeit und ohne Umsteigen alle 10 Minuten eine Bahn. Das bringt also, denke ich, schon ein gewisses Attraktivitätsgewinn. Auch die U5-Eckverbindung hier unten dargestellt, nach Linien. Dafür gibt es konkrete Überlegungen. Das ist jetzt noch nicht in der unmittelbaren planerischen Umsetzung. Hier haben wir dann eine abwechselnde Linienführung der U5, alle 20 Minuten nach Linienfeld, wie heute auch, und alle 20 Minuten nach Linien über die Verbindungskurve Möhren. Hier hat es jetzt so ein bisschen die Grafik zerschossen. Ja, Text zerschossen. Ist das ein Mac? Ja. Ich habe es auf dem Windows-Rechner gemacht. Das ist aber mit dem Powerpoint. Ist aber egal, man sieht es trotzdem bei der Verbindungskurve zwischen Möhringen und der Heidestell Riedsee und Siegmaringer der Straße. Hier ist dann beispielsweise ein erwarteter Nutzen von ca. 2000 zusätzlichen ÖV-Farben pro Tag. Bezogen auf die gesamten Farben Individualverkehr in Stuttgart ist das eben nicht viel. Der Aufwand ist groß, die Kosten sind vergleichsweise auch hoch, aber wir müssen eben sehen, dass wir Stück für Stück hier solche Lösungen konzipieren, damit wir eben der Entwicklung nicht immer hinterher rennen. Und das ist so ein bisschen auch der Punkt in der Entwicklung des öffentlichen Verkehrssystems erplanen wir eine Entwicklung viel zu stark in den Jahren. Wir müssen dazu übergehen, dass wir also auch hier etwas stärker in die Vorderhand kommen und solche Projekte eben auch schneller umsetzen. Dann die U8-Verdichtung, die geplant ist, im Abschnitt Feilingen Heumaden auf 10 Minuten und zusätzliches Fahrangebot an den Samstagen. Die U8-Verlängerung nach Feilingen nach West ist geplant und möglicherweise dann sogar weiter, wie hier dargestellt, bis Büsnau. Auch hier dann etwa 2100 zusätzliche ÖV-Fahrten pro Tag. Diese Anzahl der Verkehrsverlagerungen, die geht ja auch in die Bewertung nach solcher Konzepte ein unmittelbar. Und hier kommt uns diese Unsicherheit in der Prognose etwas entgegen. Wir machen sehr viel solche Bewertungen auch und es ist ja auf der anderen Seite immer schön dann für uns ein bisschen Bestätigung bekommen. Diese Zahlen, die sind immer deutlich zu niedrig, die wir hier ausrechnen, weil eben die Prognosen dann überholt werden und mehr Leute nach Stuttgart kommen, nach Stuttgart ziehen und so weiter und so fort. Also sind das auf jeden Fall seriöse, belastbare Werte. Es wird eher mehr werden dann. So, dann Zahlenratragen wurde vorhin schon angesprochen. Auch hier soll ein längerer Betrieb mit Ausweitung der Betriebszeiten nach der Modernisierung erfolgen, hat auch unmittelbare Wirkung, dann für die immer noch erhöht die Attraktivität des Verkehrsangebohls in Stadtbezirken und auch die Ausweitung des Nachtbusverkehrs. Das hat, auch wenn das nicht so viele Fahrten sind, die Busse sind immer gut belegt, wenn man da mal schaut, das wird gut angenommen, das sind nicht viele Fahrten, die durch den Nachtbusverkehr hier abgefangen werden, aber der Nachtbusverkehr hat noch eine Sekundärwirkung, nämlich, wenn ich mich entscheide, komplett aufs Auto zu verzichten, dann erwarte ich, dass ich auch für alle anderen Aktivitäten, die ich mal so außerhalb der Hauptverkehrszeiten durchführe, den öffentlichen Verkehr nutzen kann. Wenn ich noch abends ins Theater, in die Oper gehe, junge Leute gehen ja in die Disco, aber auch wieder in die Oper habe ich festgestellt, erfreulicherweise, dann möchte ich da auch noch irgendwie außerhalb des Stuttgarter Stadtzentrums mit dem ÖV meine Ziele erreichen können. Also insofern darf man diese Sekundärwirkung des Nachtbusverkehrs auch nicht unterschätzen. Und dann haben wir die U5, U3 als neue Stadtbahnstrecke Degerloch-Pliningen. Auch hier gibt es schon vertiefte Untersuchungen, weil hier dargestellt, Degerloch dann über Hoffeld bis nach Pliningen runter und hier hat man dann einen erwarteten Nutzen von immerhin 3600 zusätzlichen Fahrten im öffentlichen Verkehr pro Tag. Regionale Konzepte, weil auch das spielt eine Rolle, es wurde glaube ich von Ihnen schon kurz angesprochen, gar nicht so schlecht. Eine Stadtbahn zu bauen ist immer attraktiv und schön auf der einen Seite, auf der anderen Seite ziemlich aufwendig. Eine Buslinie hat man relativ einfach eingerichtet und die Busse können eigentlich eine ganze Menge leisten. Ich habe einen Kollegen aus Zürich, leider ist er jetzt verschwommen, der dort an der Altgymnössische Technischen Hochschule war, der hat gesagt, er versteht die Leute nicht, das ist auch stark subjektiv geprägt. Alle möchten immer gerne eine Schienenverkehrsanbindung haben. Er hat einen Kompromiss vorgeschlagen, er hat gesagt, da muss ich es nicht los mit einer Schienenverkehrsverbindung, aber ein Bus attraktiv sein könnte, da mal nur die Schienen auf die Straße, aber ich habe einen Bus da ran, da ist ein Problem gelöst. Auch das ist interessant, bloß, wenn das so ist, dann muss man a. dafür sorgen, dass der Bus da nicht im Stau steht, dann habe ich nämlich nicht viel gekonnt und b. Das ist so ein bisschen Kritik jetzt, das habe ich denen aber auch schon selbst gedacht, der Verband Region Stuttgart ist ja dafür zuständig, viele Leute wissen gar nicht, dass es das gibt, also das Marketingkonzept zur Einführung des Reflex-Buses ist leicht verbesserungsbedürftig, sage ich mal, Vorsicht, es wird ja alles mitgeschnitten, muss ich aufpassen, was ich hier sage, heute haben. Suboptimal, Herr Prof. Genau, danke, Farge, perfekt, jawohl, also auch an diesen Stellen kann man durchaus das machen, wobei ich sagen muss, mir hier auch ein großes Lob, im Kontext sämtlicher Nahverkehrsunternehmen spielt hier unsere SSB auch eine hervorragende Rolle, wir haben also ein sehr gutes Marketing, sei es jetzt über die Werbetafeln oder so, was da so läuft, das ist schon ganz in Ordnung, aber an manchen Stellen haben wir ja auch noch ein bisschen Verbesserungsbedarf, Untersuchungen werden jetzt durchgeführt, es gibt konkrete Überlegungen bei der SSB, die X5 Einzelfirmen fehlt in der Stadt, wo landen Degernoch und weitere Untersuchungen beschäftigen sich dann mit einer Verbindung Degernoch-Tübingen, Degernoch-Reutlingen und das würde dann dem Kesselrand, dem Eintragsverkehr am Kesselrand auch wieder etwas entlasten. Das sieht man da nicht, das schauert auch nicht verschwunden sein, das ist klar, aber das sind Maßnahmen, die in die richtige Richtung gehen und ihr Konzept hier dann auch ein Stück weit unterstützen würden. So, dann gibt es die überregionalen Konzepte, ganz kurz, Regionalbahnhof in Feilen, das wird nochmal ein Riesenaufwand werden, die Einbindung an die Regionalverkehrszüge Richtung hoch und dann die Interimsphase bis zur Fertigstellung des PFA-13B, das hört sich hier so niedlich an, wo ist es rum, die Bahnverbindung im Flughafen, enthalte alle regionalen Fernzüge der Gäubahn. Das ist natürlich ein Riesendick, was da noch auf uns zukommt und auch hier müssen wir sehen, dass wir das über den öffentlichen Verkehr möglichst gut abfangen können. Dann der Filterbahnhof bis Ende der 2020er Jahre, ja, man weiß es jetzt noch nicht so genau, das zeigt eben aber auch diese Langfristigkeit der Verkehrskonzepte, wo dann Nürnberg, Zürich, Salzburg, Frankfurt und so weiter bedient werden und fünf Regionalverkehrslinien, die natürlich dann auch Leute animieren, von außerhalb mit dem Zug nach Stuttgart zu kommen. Und wenn man sich jetzt mal die Züge anschaut, schon allein die S-Bahn, auch die Regionalzüge, die sind eben auch schon proppenvoll. Es reicht heute nicht aus, zu sagen, ich lasse das Auto stehen und fahre mal mit dem Zug, ich will jetzt gar nicht von der Pünktlichkeit sprechen, das ist noch ein anderes Thema, dass die Qualität auch stimmen muss, ja, aber das kann man nicht über einen Stadtbezirk hier alles klären, man kann aber natürlich darauf hinwirken und sagen, dass auch Degerloch diese Dinge unterstützt im Prinzip. Und wenn das Degerloch macht, und der Süden und der Westen und so weiter und so fort, dann ist es auch eine insgesamt eine starke Stimme, die sicherlich Gehör findet. So, was dürfen wir erwarten zum Abschluss? Aus meiner Sicht brauchen wir eine kontinuierliche und zielorientierte Kooperation. In der Verkehrssystemgestaltung aufgrund der Ausdehnung auch unserer Verkehrssysteme kommt das föderale System, so wie wir es momentan haben, und so gut das in vielen Dingen ist, stößt aber an seine Grenzen. Wenn ich mir mal anschaue, so bei bestimmten Dingen, die im Bereich des öffentlichen Verkehrs laufen, dann haben wir die Stadt, dann haben wir den Verband Region Stuttgart, dann haben wir das Land, dann haben wir vielleicht noch die Bahn dabei und so weiter, alle mit etwas divergierenden Interessenlagen, und eben dazu Potte kommt, das können wir uns einfach nicht leisten, wenn wir in absehbarer Zeit, so dass wir das noch lebend erleben, hier irgendwelche Lösungen in der Praxis umgesetzt sehen wollen. Also hier muss man sich überlegen, welche Möglichkeiten haben wir, ohne unser föderales System aufzugeben, trotzdem schlagkräftig solche Konzepte, wenn sie denn sich als gut herausgestellt haben, auch dann möglichst schnell in der Praxis umzusetzen. Dann Transparenz und Bürgerbewegung, das ist ja momentan Bürgerbeteiligung, auch ein ganz heißes Thema, natürlich brauchen wir das, und das ist richtig und wichtig, auf der einen Seite, auf der anderen Seite müssen wir viel stärker darauf hinwirken, solche Konzepte frühzeitig auch mit den Bürgerinnen und Bürgern abzustimmen, auch kontrovers zu diskutieren, dann muss man aber einen Punkt finden, wo man sagt, okay, und jetzt stimmen wir drüber ab, weil das ist für die Politik auch schwierig, gerade im föderalen System, da ist es nämlich so, dass manchmal der Gemeinderat eine andere Meinung hat als das Land und das Land wieder eine andere Meinung als der Bund, aber finanzieren sollen es alle, schwierig, schwierig, und da könnte man natürlich eine Plattform schaffen, auf die dann auch die unterschiedlichen politischen Ebenen deutlicher aufsetzen können oder, wenn man das Blatt sagt, festgenagelt werden können. Und wenn dann so ein Konsens da ist und auch durch eine zum Beispiel Volksabstimmung oder Bürgerentscheid, wie auch immer, vom Juristischen her muss das ja auch passen, dann vorliegt, dann muss man sich aber auch dran halten, muss die Konsequenz haben, jetzt ziehen wir das mal durch. Also, wenn man sich Stuttgart so anschaut, ich bin kein geborener Stuttgarter, hört man vielleicht auch an einer Aussprache, ich finde Stuttgart extrem interessant, aber auf der anderen Seite, Stuttgart ist auch immer ein Beispiel der unvollendeten Konzepte. Wenn man hatte mal ein Konzept und dann jemals vollständig umgesetzt hat, hat man so, ach nö, das war es dann doch nicht und dann hat wieder was anderes angefangen. Wenn man auch immer was anfängt, ohne was fertigzustellen, ist es natürlich auch nicht so sehr zielführend. Und schließlich ein Punkt, die Eingemessenheit der Rechtsmittel, das geht so ein bisschen auch in die Richtung, die ich vorhin erwähnt hatte, es muss ein Ausgleich da sein zwischen den gesellschaftlichen und den dualen Interessen. Wir haben in den letzten Jahrzehnten eine Entwicklung beobachten können, die, was die Verkehrssystemgestaltung angeht, in die falsche Richtung ging. Das heißt, sowohl EU-seitig als auch im Bundesrecht haben wir eine Ausweitung der Betroffenheiten, eine Ausdehnung der formalen Fristen und da ist die gesellschaftliche Verhältnismäßigkeit aus meiner Sicht auch gestört. Wenn jeder gegen alles klagen kann, beliebig lange, dann egal wie das Konzept aussieht, kriegen wir kein entsprechendes Konzept jemals umgesetzt. Also auch hier muss man sehen, was wollen wir eigentlich. Und letztlich geht es doch darum, Konzepte schneller und kostengünstiger umzusetzen. So, und bis 2025, 2030 wird bei derzeit, aus derzeitiger Sicht, bei weiterem Anstieg der Bevölkerung des Verkehrs eine nur leichte Veränderung des Modals, wie zu uns in SPV stattfinden, muss man realistisch sagen, wenn man es einfach laissez-faire so laufen lassen, wie es jetzt läuft. Das heißt, als Quintessenz aus meinem Vortrag würde ich zusammenfassen, dass also weitere kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen dringend notwendig sind, um eine deutlich stärkere Verkehrsverlagerung zu erreichen, als wir die heute haben und die wir hier sehen. Grau ist das Auto, hellgrün der ÖPNV, das ist das Fahrrad mit 5% und dann haben wir hier noch den Fußverkehr. Damit bin ich am Ende meines Vortrags, stehe auch für Fragen gern zur Verfügung und das passt auch gut. Es gibt auch immer kurzfristig neue Entwicklungen, SSB Flex ist angesprochen worden, da kann man noch was machen mit Tarif und mit der Zugänglichkeit, aber immerhin, ich würde es mal konkret sagen, ein bisschen Werbung für den SSB darf man ja machen in Stuttgart. Man zahlt also, wenn man ein normales Ticket hat, einen Aufpreis von 2,20 Euro, wenn man sich innerhalb einer Zone befindet und wenn ich eine Monats-, Jahres- oder Wochenkarte habe, dann zahle ich immer einen Aufpreis von 1,20 Euro innerhalb der einen Zone. Bei zwei Zonen sind es dann glaube ich 1,60 Euro, ist also auch nicht so schlimm. Das ist also eine attraktive Geschichte, probiert man jetzt, soweit ich gehört habe, läuft es gar nicht so verkehrt, ist noch verbesserungsbedürftig. Vielen Dank. Ja, gibt es jetzt zu diesem Vortrag direkt Fragen? Ja, einer sehe ich da noch. Ja, also erstmal vielen Dank für den Vortrag, ich habe wieder viel gelernt heute Abend. Die Untersuchungen, die Sie gemacht haben, gibt es hier auch für Stuttgart, für Radverkehr? Welche Untersuchung meinen Sie jetzt? Oder die Bewertung von den Maßnahmen, was möglich ist. Es war jetzt sehr viel über den Vortrag, was können wir machen? Gibt es solche Sachen, sagen das, auch für Radverkehr in Stuttgart? Es gibt Untersuchungen für Nachtverkehr, ja. Radverkehr? Ach, Radverkehr, Entschuldigung, für den Fahrradverkehr. Gibt es auch, nicht von uns, aber es gibt auch Untersuchungen zum Radverkehr, ja. Wollen Sie noch was dazu hören, oder? Also es hätte mich interessiert, wenn Sie jetzt sagen. Ja, ich kann Ihnen dazu was sagen. Ich bin mit den Ergebnissen der Untersuchungen an dieser Stelle auch nicht so ganz einverstanden, was den Radverkehr anbetrifft. Die Zahlen und so weiter, das stimmt schon. Aber auch hier ist aus meiner Sicht zu kurz gesprungen. Ich weiß jetzt nicht, wer von Ihnen intensiver ÖPNV-Nutzer ist. Mit dem Radverkehr, das funktioniert ganz gut und da kann man auch noch mehr machen und Radwege bauen und so, das geht alles. Aber man muss sich mal anschauen, der Anteil, der durch den Radverkehr ersetzt wird, an Verkehrsleistung. Wir reden immer von Verkehrsleistung, das sind Kilometer, ja, also, die man sich bewegt. Und die Verkehrsleistung ist ja auch entscheidend jetzt für Emissionen und ähnliches. Dann ist das, was ich Ihnen gezeigt hatte, der Modal Split, das sind Fahrten. Die Fahrten mit dem Fahrrad sind aber verhältnismäßig kurz im Durchschnitt. Das heißt, sie sparen nicht viele Pkw-Kilometer dadurch ein. Dennoch ist natürlich Radverkehr eine Alternative. Bezogen auf den öffentlichen Verkehr ist es auch kritisch zu hinterfragen, weil, wie gesagt, wer von Ihnen selber den öffentlichen Verkehr nutzt, wird das bestätigen können. Solange schönes Wetter ist, sind viele Leute geneigt, mit dem Fahrrad zu fahren. Wenn das Wetter etwas schlechter wird, dann wird der Anteil der Radfahrer relativ schnell, relativ klein. So. Und dann haben wir zwei Effekte. Dann gibt es wieder zwei Gruppen. die einen, die trotzdem noch ein bisschen mit dem Rad fahren und die kommen dann in den öffentlichen Verkehr. Und ich habe mir schon überlegt, ob ich nicht mit dem Taxi dann zur Uni fahre, wenn der erste Schnee fällt. Weil dann kann man das beobachten. Das ist immer der kritischste Tag. Dann kommen die Autofahrer, die keine Winterreifen haben und die Radfahrer und dann haben wir eine Überfüllung im öffentlichen Verkehr. Das ist jetzt ein bisschen satirisch gemeint. Aber der Punkt ist natürlich schon, mit einem Fahrrad belegen Sie drei Plätze in der Stadtbahn. Und Sie zahlen nicht mehr. Das heißt, ich mit meiner Jahreskarte subventioniere Sie, wenn Sie jetzt Radfahrer sind, mal frech jetzt, subventioniere ich Sie mit, wenn Sie Rad fahren. Man kann das natürlich auch anders sehen. Man kann sagen, als Stadt ist es uns das wert. Und wir geben der SSB in dem Fall mehr Geld, dass die das ausgleichen können. Das würde aber bedeuten, dass wir unsere Verkehrssysteme auf Spitzenwerte hin dimensionieren und immer dann, wenn es schönes Wetter ist, brauchen wir gar nicht so viel. So viel Personal, so viel Fahrzeuge. Das ist also auch ein Punkt, wenn man sagt, okay, die Leute können dann also bei schlechtem Wetter ihr Fahrrad einfach mit in die Verkehrsmittel reinnehmen. Solange das nicht so viel sind, so wie es momentan ist, geht das alles gut. Da kommt man noch hin. Wenn wir aber mehr Leute auf den öffentlichen Verkehr ziehen wollen und auch mehr Leute auf den Radverkehr ziehen wollen, dann reicht das so in dieser Form nicht mehr aus. Wir können es nicht wie bei der Zacke machen. Das Bild hatte ich ja hier zufällig gewählt, dass wir da einen Vorsatzwagen da vorstellen oder ähnliches. Im Übrigen wird dann auch das Ein- und Aussteigen erschwert. Dadurch verlängern sich die Haltezeiten. Überall da, wo ich dichte Linienverkehre habe in der Stadtbahn, führt das zu Verspätungen auch. Das sind Konsequenzen, die sind auch unstrittig, die muss man dann nur berücksichtigen, dann muss man in der Gesamtverkehrssystemgestaltung das dann entsprechend mit einpreisen. Da habe ich auch nichts dagegen. Ich habe nur was dagegen, wenn man sagt, ja, wir machen das mal und die Konsequenzen, naja, da kümmern wir uns nicht drum. Das ist so der Punkt, wo ich dann sage, halt, das ist nicht zu Ende gedacht. Ganz kurz noch dazu, besteht auch die Möglichkeit, dass Radverkehr vielleicht auch zu Stoßzeiten über den Fahrer entlasten kann? Also gerade auf den Innenstadtstrecken, da, wo die jetzt bei der S-Bahn mit Bespätungen entstehen, Cannstatt bis Schwabstraße zum Beispiel, dass die Strecke, die können Fahrerzucker leisten zur Widerzeit? In einen S-Bahn-Zug gehen lockerflockig 600, 800 Leute rein. So, und das sind also ganz andere Zahlen, die da eine Rolle spielen. Ja, vielleicht kann man das etwas entlasten, aber auch nur bei schönem Wetter. Sie können die Leute nicht zwingen, bei schlechtem Wetter mit dem Fahrrad zu fahren. Das geht ja auch nicht. Macht aber noch jeder Zweifel bei schlechtem Wetter? Macht aber noch jeder Zweifel bei schlechtem Wetter? Stimmt nicht. Also, da haben wir die Zahlen ausgewertet von den Zählstellen. Was ist bei Regen? Was ist im Winter? Das sind ziemlich genau 50 Prozent Verkehrs. Also, ich stehe jeden Früh in Heslach-Vogelreihen. Und da ist ja, da haben wir ja sogar den Fall, da muss man sich auch überlegen, ob das richtig ist. In den Heslach-Vogelreihen haben wir Richtung Feigen haben wir drei Radwege. Da haben wir einen, der führt durch den Wald, dann haben wir einen, der führt an den Häusern lang und einen dritten, wo die eine Fahrspur von der Straße weggenommen wurde. Und da zähle ich dann immer, ich darf im Bus umsteigen, wie viele Radfahrer da vorbeikommen in der Zeit. Und das können Sie sehr gut beobachten. Das ist also nicht die Hälfte, die bei schlechtem Wetter dann kommt. Also ganz kurz, da ist eine T-Stelle, die erfasst, wie viele Fahrerfahrer da fahren. Das kann man nicht abrufen. Und das sind, bei schlechtem Wetter, wenn das mit Wetterdaten gleich sind, 50 Prozent, da braucht man keine subjektive Beobachtung, da kann man einfach die Daten nehmen. Kann ich die C-Stelle, ich habe sie nicht ausgewertet, die C-Stelle. Ich kenne andere Daten, aber selbst wenn es nur 50 Prozent sind. Okay, weitere Fragen zu dem Vortrag? Ja, ich sehe, ja, bitte. Tempo 30, also heute in der Stelle Tempo 30 ist sinnlos. Ich würde das nochmal vielleicht kurz zurückstellen, also jetzt ruhig zu diesem Vortrag, wir kommen dann gleich in die Diskussion, dann können Sie die Frage vielleicht gleich nochmal stellen, wenn das was hier unterhalten wäre. Das machen wir gleich, ich habe tatsächlich eine Frage zum Nachtverkehr. Und zwar haben Sie ja ganz kurz diese mögliche Ausweitung auch unter der Woche, bisher ist es ja Donnerstag, bis Samstag nach, angesprochen, was ja auch immer wieder in der politischen Diskussion in Stuttgart Antrag bindet. Haben Sie da ein favorisiertes Modell, wie man das pilotmäßig einführen könnte? Weil aktuell ist es ja eher so, dass es ganzheitlich abgelehnt wird und alles oder zumindest zu meiner Ratten Mehrheit sagt, damit können wir jetzt erst mal nichts anfangen. Hätten Sie vielleicht die Idee über das sukzessive nach und nach mal probieren könnte, ob es wirklich Entlastung bringt? Ja, nicht nur eine Idee, sondern das ist ja auch in konkreten Überlegungen, dass man hier versucht, auf entsprechenden Verbindungen das auszuweiten. Sicherlich erst mal auf den bestehenden Verbindungen, auf andere Tage und dann auch das Liniennetz möglicherweise zu erweitern. Das ist eigentlich eine vernünftige Vorgehensweise. Es befriedigt uns jetzt natürlich nicht so, wenn es immer so in kleinen Schritten erfolgt, aber man kann dann recht gut nachvollziehen, ob das sinnvoll ist oder nicht, bei vertretbarem Aufwand. Und ich erinnere mal daran, die Älteren unter uns wissen noch, dass der 10-Minuten-Takt bei der Stadtbahn noch gar nicht so alt ist. Das war eigentlich auch mal 12-Minuten-Takt und so weiter. Und da hat man sich auch herangetastet, wenn man das mal so sagen will. Man musste dann natürlich auch die entsprechenden Fahrzeuge zusätzlich beschaffen und ähnliches. Und als sich das dann bewährt hat, hat man das flächendeckend ausgerollt. Ja, Ziele sind schön, aber Sie kriegen ja gar keine Busse da rein. Die sollen doch dann autonom fahren. Nein, das dauert nicht. Nein, das dauert nicht. Das ist natürlich ein anderes Thema. Busfahrer, Lkw-Fahrer, das ist alles momentan ein Berufsfeld, was nicht so stark nachgefragt ist. Das stimmt. Das ist ein ernsthaftes Problem. Vielleicht muss man auch schauen, das hat aber auch wieder Auswirkungen, ich will da jetzt gar nicht so intensiv einsteigen, aber ins Tarifsystem, momentan ist das so, ich will das auch nicht kritisieren, ich sage nur, wie es ist, als Stadtbahnfahrerinnen und Stadtbahnfahrer verdienen Sie mehr bei der SSB im Vergleich zu den Busfahrerinnen und Busfahrern. Vielleicht muss man da auch mal draufsatteln. Das bedeutet auch natürlich, dass dann der Ausgleichsbetrag, der im Gemeinderat dann in der Stadt zur Debatte steht, da darf man dann an der anderen Stelle nicht sagen, SSB, was hast du hier gemacht, das geht ja gar nicht. Sie haben vorhin die geplante Verlängerung gezeigt Richtung Eing-Büßner, wie sieht es aus, gibt es eine Planung zwischen Büßner und Wolfbusch, beziehungsweise Gebel, da wir etwas mit der Verkennung verkehrt zu machen. Ist Ihnen herausgegangen? Jein. Es gibt eine Planung in der Form, dass man sich das schon überlegt hat, wie man das machen könnte. Nein bedeutet allerdings, dass der Gewinn, den man dadurch dann bekäme, zu gering wäre nach derzeitigem Kenntnisstand, wo man gleichzeitig berücksichtigen muss, dass das ein sensibles Gebiet ist. da oben. Man kann da also nicht frei die Trasse irgendwo hinlegen, sondern da ist dann mit Tunnel und ähnlichen Dingen zu arbeiten, vom Naturschutz her bestimmte Dinge zu beachten. Das würde eine sehr teure Baumaßnahme werden, bei extrem geringen Nutzen im Vergleich. Mir ist da was auch eingefallen. Man könnte ja eine Buslinie da langlaufen lassen, über die Wildparkstadt zur Solitude und von der Solitude eine Seilbahn bauen bis voll Fluss. Also was ist von diesen ganzen Seilbahnprojekten zu diskutieren? Das ist momentan auch in gewisser Eifung. Übrigens ein fantastisches Beispiel, nicht nur die SSB macht ein gutes Marketing, sondern da steckt die Firma Doppelmayer in, die sind ja Weltmarktführer in dem Bereich, die machen auch ein fantastisches Marketing, muss man ganz einfach mal so sagen. Und die sind extrem gut unterwegs. Man muss auch die Frage dann stellen, ich will das auch nicht die Seilbahn von vornherein ablehnen. Wir sind selber da auch in bestimmten Untersuchungen mit involviert. Es ist ja auch die Überlegung das Eiermann-Areal anzuschließen und ähnliche Dinge. Aber gerade für Stuttgart muss man die Frage auch stellen, wollen und können wir es uns leisten, noch ein zusätzliches inkompatibles ÖV-System hier zu etablieren? Wir müssen mal überlegen, das sagt man immer, Frau Hacker ist jetzt weg, kann ich sagen? Oh, muss ich leise sprechen. Der Gemeinderat sagt dann immer ganz einfach, die SSB soll das mal machen. Aber irgendwo kommt die SSB auch an ihre Grenzen. Was soll denn die SSB mal machen? Die soll neben der Stadtbahn regulär und den Bussen soll sie auch die Zacke betreiben. Das ist auch ein Zuschussgeschäft, was wir uns leisten. Ist auch nicht schlecht, ich finde es gut, aber wir müssen uns eben offen dazu bekennen, dass wir uns das leisten wollen. Die sollen aber auch unsere schöne Standseilbahn, den Erbschleicher-Express zum Waldfriedhof hoch betreiben. Wenn da was repariert werden muss, fährt ja auch der Bus hoch. Ist ja auch schön, ist ja nett, aber das leisten wir uns auch. Und als die Frage stand, mit dem Killesberg-Bähne, na klar, wir haben ja die SSB, das soll mal die SSB machen. Das muss die SSB auch noch leisten. Aber das ist ja noch kein ÖPNV auf dem Killesberg, glaube ich. Ja, auch die Seiber und Killesberg haben sie abgebaut. So, also wir haben immer mehr Systeme, die Systemvielfalt wird immer größer. Und das verursacht dann auch erhebliche zusätzliche Aufwendungen. Und da kommt man natürlich dann irgendwann auch an Grenzen. Deshalb muss man das sehr genau überlegen, ob man das möchte. Dann muss man berücksichtigen, Seilbahnen, ja, die Bildchen sind immer schön in Hochglanzprospekten und das blaue Himmel und ein schönes Kabinle und ja, wunderbar. Aber ich muss auch in die Seilbahn ein und wieder aussteigen. In Stuttgart sind wir nicht gesegnet mit allzu viel freien Flächen an den Stellen, wo wir das Verkehrsaufkommen haben. Also müsste man jetzt auch dort weiterdenken. Möglicherweise könnte man dann Dächer von Supermärkten nutzen oder was, weiß ich nicht. Aber freie Flächen haben wir nicht so viel und wir sind verpflichtet, bis in wenigen Jahren unsere ganzen Systeme barrierefrei zu gestalten. Das heißt also, Sie müssen auch die Seilbahnzugänge entsprechen, wenn es im ÖPNV-System ist, müssen Sie barrierefrei gestalten. Und das ist alles nicht trivial machbar, also das ist eine Herausforderung. Ich will auch nicht damit sagen, dass man es von vornherein ablegen soll, sondern man muss sich über die Konsequenzen im Klaren sagen, ja, wir kennen die Konsequenzen, wir wollen das, wir leisten uns das. Vielen Dank. Ich kann ganz kurz zurückstellen, weil aus Gründen der Bequemlichkeit, wir sind ja schon quasi fließend, ohne dass es eigentlich so wollte, von dem Vortrag in die Bürgerdialog übergegangen, dann würde ich einfach sagen, dann würde ich die beiden Referenten, also Uli Weiß und Martin, Martin, auch einfach die Möglichkeit geben, sich hinzusetzen und dann könnten wir quasi den Bürgerdialog weiterführen. dann wäre das so genehm und dann brauchen wir quasi alle Fragen auf, dann darf der Herrdialog seine Frage stellen, dann würde ich quasi an Sie weitergeben. Wäre das für Sie so in Ordnung? Gut, dann können Sie auch beide herstellen, also wenn Sie nicht sind. Die meisten Fragen sind im Siegericht. Dann würde ich schüchtern sein. Wenn Sie nicht sitzen wollen, sehen wir besser. Ja, ansonsten, dann würde ich sagen, müssen wir erstmal noch, Herr Professor Maris ja danken für diesen so gewährten Fragen. Und ich habe tatsächlich über Ihre Frage vorhin noch mal nachgedacht und tatsächlich, es wird uns jetzt wirklich überraschen, aber ich habe meine Wahlentscheidung auch noch nie rein am Verkehr festgelegt. Das hat schon zugegeben, ich ja auch nicht. Okay, vielen Dank. Und dann, ja, ist der Raum für Fragen offen jetzt? Ich glaube, Sie waren zuerst und dann Frau Labe werden Sie quasi als nächstes anfang gewesen. Also nochmal, die Eutlinger Straße in Zone 30, es muss eben Sinn machen. Die Eutlinger Straße macht keinen Sinn. Im Vergleich zur Alpstraße, wo Schulen sind, bringt das Besegnung aus. Aber die Eutlinger Straße, das muss Sinn machen. Es muss keinen Sinn machen, wenn Sie anwohner sind, oder die Eutlinger Straße. Wohnen Sie in der Eutlinger Straße? Ich wohne in der Alpstraße, mit und wenn ein Auto mit 30 fährt, dann habe ich 60, 16 Sekunden Lärm, Schmutz. Wenn ein Auto mit 50 fährt, habe ich 10 Sekunden Lärm, Schmutz. Wir sind 10 Sekunden, 6 Sekunden weniger, mehr mehr als 16. Und die Eutlinger Straße, mein letztes Ding, Eutlinger Straße, Autofahrheit, da bin ich dafür. Was ich vorgestern erlebt habe, um halb 6, vor dem Fahrrad unterwegs, wie immer, in Deggernhof hatte ich kein Auto, war Polizei, Feuerwehr, die wollten durch, Feuergasse, wie denn, ein Bus war da, da war kein Durchkommen, die zwei Autos haben mindestens drei Minuten gebraucht bis zum Einsteigen. Das ist eine Katastrophe, das ist eine Katastrophe. Wenn Sie morgens ins Geschäft fahren und abends heimkommen, legen wir durch die Eutlinge Straße, ich gehe jetzt Fuß und bin Fahrrad, das ist ein Wahnsinn. Da muss man was tun. Ich habe vorhin ja noch gesagt. Ein absoluter Wahnsinn. Was können wir jetzt wieder anregen? Da bin ich jetzt nicht ganz verstanden. Anregung, autofreien. Parkhaus, die Eutlinge Straße. Parkhaus oder unter, egal. Aber die Autos, das ist ein Wahnsinn. Da kann man auch gleich mal weitergeben. Die Idee ist, ich bin der Einzige und ich bin das schon gesehen. die größte Bedenken gewesen sind, wenn man dort Veränderungen einführt. Aber letztlich haben sich doch, wenn wir gar nicht so weit kommen, an der Königstraße war es ja seinerzeit ähnlich gewesen. Da gab es also auch nicht unerheblichen Widerstand. Das wissen, das sind auch nur die Älteren, die Jüngeren, für die ist das schon Standard eigentlich. Da gab es auch viel Widerstand dagegen. Aber letztlich hat doch die Königstraße dadurch gewonnen. Es ist natürlich so, dass man das auch an dieser Stelle nicht ohne der Rand- und Rahmenbedingungen im konkreten Fall machen sollte und einfach per order mufti, sondern man muss schon berücksichtigen, was haben wir dort für Verkehre, wie können die Geschäfte, die Restaurants erreicht werden. Aber es gibt eben hinreichend Beispiele, wo das erfolgreich gelungen ist. Und deshalb bin ich schon grundsätzlich mal der Auffassung, dass es sich lohnt, den Gedanken zu verfolgen und dann mal zu schauen, welche Möglichkeiten sind auch damit verbunden. Beispielsweise ganz simple Folge, wenn ich dort keinen Autoverkehr oder auch keinen Verkehr außer Fußverkehr mehr habe, dann bedeutet das ja, mal abgesehen von Lieferfahrzeugen und so, die sind ja auf der Königstraße auch zeitlich limitiert, geht also, dann kann ich vor den Gaststätten auch ein ganz anderes Ambiente schaffen, dann kann ich Tische rausstellen und ähnliches. Also die Leute, die dann da hocken und ein Eis essen oder einen Kaffee schlürfen, die gehen dann vielleicht auch in den benachbarten Schulladen rein oder irgendetwas. Also dass da jetzt automatisch ein Geschäftssterben eintreten müsste, das sehe ich nicht so. Es gibt also verschiedene positive Beispiele, viele positive Beispiele, also insofern ist das sicherlich überlegenswert. man muss natürlich schauen, was macht man mit dem Verkehr, der dort heute langfährt. Das darf man nicht völlig aus dem Auge verlieren und sagen, naja, die sollen ja mal sehen, wo sie bleiben. Das wäre dann eben auch nicht vernünftig, diese Lösung. Und das kann auch dazu führen und das muss man auch fairerweise sagen, es gibt bestimmte Städte, die haben beispielsweise dann ein sehr strikt auch ein Einbahnstraßensystem, um solche verkehrsberuhigten oder verkehrsfreien Zonen geschaffen. Dort fahren die Autos nachher zeitlich länger. Die sind also nachher länger in diesem Gebiet. Die emittieren auch, wir hatten vorhin die Emissionen, die emittieren dann auch mehr. Dann haben wir zwar den Bereich von Autos befreit, aber dafür fahren die dann woanders lang. Und da kommt es eben darauf an, dass man versucht, nicht alle, die dann woanders lang fahren würden, auch woanders lang fahren zu lassen, sondern vielleicht einen Teil, vielleicht 20% davon, 10%, 20%, das wäre schon eine super Quote, auf den öffentlichen Verkehr zu bringen. Und dann wäre in der Bilanz, auch was die Emissionen anbetrifft, wäre es dann wieder mehr oder weniger ausgeglichen. Ja, aber auch hier sehen wir, dass die Dinge eben miteinander im Zusammenhang zu betrachten sind. So viel vielleicht. Vielleicht ein Satz von meiner Seite dazu. Auch das ist sicherlich überlegenswert, aber lasst uns so erstmal diese Shared Space Zone einführen und wenn das sich gut auswirkt, dann ist das schon mal ein Riesenschild in eine gute Richtung. Und ob man dann später mal darüber nachdenken kann, ob das vielleicht als totale Fußdinger Zone eingerichtet wird. das bleibt offen, aber ich würde da nicht auf diesen Zug sofort aufspringen wollen. Das wäre ja genau so ein Aspekt, dass man sagt, man versucht, dass das dann Shared Space mit der Option, wenn das erfolgreich ist, das später auszuweiten. Das können wir auch noch so apostrophieren. Ich glaube, das ist auch für jeden nachvollziehbar. Und dann kann man ja genauer Benchmark setzen, wo man das nachvollziehen kann, damit das nicht so ins Subjektive abgleitet. Und vielleicht noch ein Wort, aber ein Satz zu Tempo 30 Rödlinger Straße. Also gut, ich meine, ich wohne selber in der Rödlinger Straße, bin ich offen gestanden etwas betroffen davon. Aber das bedeutet faktisch weniger Verkehrslärm, meines Erachtens. Und ist insofern eine Verbesserung für die Wohnsituation. Und wie gesagt, es soll ja nicht nur die Rödlinger Straße sein, sondern natürlich auch in der Alpsstraße. Und natürlich auch in den anderen Straßen. Wir haben das, ich habe das ja vorhin umkreist, im Plägeberzentrum stattfindet. Und man braucht keine extra Radwege. Bitte? Und man braucht keine extra Radwege. Ja, richtig. Genau, das war ein wichtiger Aspekt. Das sind auch einige Hände oben gewesen, deswegen würde ich jetzt vielleicht mal zwei, drei Fragen sammeln und dann alle drei wegmachen. Das war zuerst mal Laber, dann die Frau hier hinten, der Mann, und dann habe ich schon drei weitere Meldungen gesehen. Aber jetzt würde ich erst mal die drei, Frau Labus, die Frau hinten und den Mann kurz bitten, möglichst präzise knapp die Fragen zu stellen anbetracht der Zeit und danach irgendwie drei beantworten. Also meine Frage ist, Sie hatten ja vorhin die Attraktivität bei Bussen, die sich massiv steigert, wenn Sie eine eigene Buschspur haben, angesprochen. Problem ist natürlich eine eigene Buschspur, ich nehme den Individualverkehr was weg. Da wollte ich gerne wissen, wie da die Relation ist, weil das ist ja nicht immer positiv. Weil der Fluss geht natürlich dadurch auch verloren. Ja, klar. Also dann, vielleicht, Herr Mann, können wir noch meine Fragen kurz mitmachen, aber wenn es für Sie in Ordnung wäre, dann wäre es die Frau hinten. Sie haben im neuen Bereich in Ihrem Konzept noch aufgezeigt, Außenbuslinie 76 und 74, die sollen quasi aus der Erbsstraße raus und es sei so im Plan beziehungsweise ist halt mir so angedacht, was davon ist überhaupt realistisch oder ist das nur noch die Vollständigkeit halber aufgefallen. Das ist eigentlich nur mit Kollegen. Wir werden noch schauen. Eine weitere. Sind Sie fertig mit Ihrer Frage? Ja, das war es erst. Okay, vielen Dank. Und dann wäre der Mann noch. Man darf ja nicht vergessen, der Innenortsverkehr, der Einkaufsverkehr, der Schulzubringungsverkehr, das wird oft viel zu vernachlässigt bei diesen ganzen Diskussionen. Viele Städte haben ja auch schon Lösungen angeboten, wie kleine Busse oder wie jetzt haben wir diese Busse in Stuttgart, Zillenbuch, in Frauenkopf und so weiter, würde vielleicht manches reduzieren. Also Ihre Anregung wäre es dann kleinere Busse oder was war jetzt Ihre Anregung? Die Regionen anzuschließen, die überhaupt nicht angeschlossen sind zwischendurch. Mehr kleinere sind noch dazu. Gut, dann würde ich das jetzt erstmal in die Runde geben. Ja, vielleicht zu dem Thema Busse in der Albstraße. An uns wurde das Anliegen herangetragen, zunächst mal zumindest zu prüfen, ob es notwendig ist oder ob es möglich ist, den Busverkehr in der Albstraße etwas zu reduzieren. Also eine absolute Beförderung können und wollen wir da nicht aufstellen, sondern das sollen letztendlich auch die Verkehrsplaner klären, ob sowas machbar ist und umsetzbar ist und vertretbar ist. Im Moment will ich da mehr nicht umsagen, weil das ist auch wieder ein kniffliges Thema. Zu den Busspuren, ja, das ist natürlich in Stuttgart ein besonders schwieriges Thema. Man will das jetzt aber mal antesten von Cannstatt rüber ins Zentrum, sowas zu organisieren, auch mal als Testballon im Prinzip, um zu sehen, welche Wirkungen hat das. Wenn ich aber auf der anderen Seite das Zentrum von Individualverkehr freimachen möchte oder reduzieren möchte, drastisch, dann muss ich irgendeine Alternative bieten. Ohne eine Alternative geht es nicht. Und ehe ich jetzt Stadtbahn baue, was gar nicht überall sinnvoll ist, ist natürlich der Bus schon als Zwischenlösung an vielen Stellen auch als perfekte Lösung durchaus eine Alternative. Und ich sag mal, jetzt rein psychologisch betrachtet, ist es vielleicht sogar besser, vielleicht, die Betonung liegt da, vielleicht, ich kann es auch nicht endgültig fassen. Wenn ich Tempo 50 lasse, habe ich auch eine Buschspur einführe, weil die verbleibenden Fahrzeuge fahren dann auf der einen Spur, die noch übrig ist, fahren die sowieso nicht 50, weil es sich staut, mehr oder weniger. ist natürlich eine Überlegung, der psychologische Effekt, wenn man im Bus schön vorbeifährt, der hat ja auch irgendwo was dann. Das nur am Rande gesagt. Aber trotzdem muss man schon mal überlegen, auch, und das wird ja auch zum Teil umgesetzt, mit vorhin auch von intelligenten Ampelschaltungen, wo also der ÖV bevorrechtigt ist, bei Ihnen hat es eine andere Intention, aber da kann man schon auch noch was machen. Also wenn ich mir die Ampelschaltung anschaue, ich hatte vorhin erwähnt, die Kollegin aus Zürich, Verkehrschefin, in Zürich sind alle Ampeln zentral an einer Stelle gesteuert. Die können also auf die aktuelle Verkehrssituation reagieren. Wir nehmen immer für uns einen Anspruch, Stuttgart ist die Hauptstadt der Mobilität, wir haben auch schon immer mal Ansätze gemacht, wir haben auch eine tolle Verkehrsleitzentrale, aber wenn ich mir so anschaue, viele Ampeln, die ich auch selber benutze, auch als Fußgänger, die sind nicht optimal geschaltet, weil wenn gar kein Auto kommt, warum muss ich dann eine Ampelfase abwarten, bis ich dann über die Straße gehen kann, aber das ist auch ein Thema, dem sich die Stadt sicherlich noch stärker annehmen könnte, dass man also sämtliche Ampeln dann auch nach dem Stand der Technik mal steuert und dort lässt sich sicherlich auch das eine oder andere erreichen und dann könnte man auch mit diesen Busen sicherlich noch einen höheren Effekt erzielen. Was war noch die dritte Frage? Das waren die Zuprägen Achso, ja, genau. Jetzt mache ich mich bestimmt bei einigen hier unbeliebt. Ich frage mich sowieso, was da momentan abgeht, das kann ich gar nicht selber fassen, weder objektiv noch subjektiv. Vor den Schulen werden zunehmend Vorfahrten gefordert, weil die Eltern im SUV ihre Kinder in die Schule bringen und ähnliches. Es hat offensichtlich eine erhebliche gesellschaftliche Veränderung stattgefunden in den letzten Jahrzehnten, als ich in die Schule gegangen bin, das ist schon ein paar Tage her, bei uns, ja, aber bei uns war es noch so gewesen, wer im zweiten Halbjahr der ersten Klasse oder spätestens in der zweiten Klasse noch von seinen Eltern in die Schule gebracht wurde, der wurde, wie sagt man heute, der wurde gebasht. Und da kann man natürlich sagen, auf dem Land, wenn die Leute dann viele Kilometer zu überbrücken haben, aber in Stuttgart ist doch die Anbindung mit dem ÖV für die Mehrzahl, vielleicht nicht für alle, aber für die Mehrzahl so gut, dass die Kinder auch alleine fahren können. Ich fahre hin, gerade ich zusammen mit dem ÖV, das sind auch immer so kleine Spruze, die dann da früh mitfahren und so, die kriegen das schon ganz gut in den Griff. Im ÖV sind die Möglichkeiten schon ganz gut. Insofern würde ich die Frage andersrum stellen oder formulieren, aus meiner Sicht, ich verstehe gar nicht, dass die Eltern alle ihre Kinder jeden Tag in die Schule bringen müssen. Die Kinder können das dann auch schon durchaus ab einem gewissen Alter selbst. Gut. Vielen Dank für die Klarsche. Das ist natürlich ein wichtiger Hinweis, den man berücksichtigen muss. Natürlich, wenn ich die Busse alle über die Autobahn außen um Stuttgart rumfahren lasse, ist das natürlich schön, dann habe ich sie alle aus dem Stadtverkehr raus, aber wer sollte denn da noch nutzen? Genau. Das müsste man ja eigentlich mal tatsächlich erheben. Richtig. Wer soll denn die Busse da noch nutzen? Dann müssen ja noch mehr Eltern ihre Kinder mit dem SUV zur Schule bringen, wenn die Busse da nicht mehr halten können. Genau das ist das ja, was man nicht will. Also die Busse sollen ja eigentlich eine Flächen Erschließung ermöglichen. Und auch bei den Bussen hat ja eine Entwicklung stattgefunden, da geht auch noch ein bisschen was, aber bei den Bussen denke ich, ist eine Flächenerschließung schon nicht schlecht. Und was die Lärmbelastung angeht, wenn man sich diese Hybridbusse anschaut, bei der SSB mit Elektromobilität, ist es noch ein bisschen schwierig, weil die Topograph frische Lage hier Probleme bereitet an bestimmten Stellen, aber die Hybridbusse selbst sind ja auch schon sehr leise und auch nicht unbequem gegenüber dem alten Bus und etwas bequemer sogar. Okay, jetzt habe ich ja schon wieder ganz viele Meldungen gehabt. Sork hat eine Meldung, Herr Götzler, Hans Hermann und die Jörg Heiß, Sie haben da auch noch eine Meldung. Jetzt würde ich mit Hans Hermann glaube ich zuerst anfangen. Ja, ich spreche mal direkt aus Degerloch an, nämlich die Nebenstraßen der Äblerstraße auf der rechten Seite. Dort ist ein reger Verkehr zum Parkplatz suchen und auch zum Zurückfahren. Busse, also Autos, die bei uns in die Straße fahren, das sind ungefähr 130 bis 140 in einer Stunde. Also es ist nicht irgendwie eine Kleinigkeit. Ist also alles gezählt, muss ich sagen. Nicht zu Unzeiten, nicht morgens, sondern irgendwann zwischendurch und die Leute fahren dann nach unten runter, da ist die Blockade von der Karl-Fach-Straße, dann fahren sie alle wieder rauf durch die Löwenstraße zur Äblerstraße und so weiter. Das ist das eine Problem, was ich habe, dass wir überhaupt keine Chance haben mit dem, was er gesagt hat, da von diesem Verkehr irgendwie etwas zu verringern. Was ich nebenbei noch sagen wollte, also die Busse auf der Äblerstraße, die geben im letzten Augenblick noch so viel Gas, dass ich, die fahren also nicht nur 30, sondern die fahren 50 bis zur Haltestelle, sodass ich da also richtig beiseites bringen muss. Das Sprenk ist wahrscheinlich doch unser Namen. Okay, Herr Gößler? Ich wollte mal unseren Fachmann fragen, da er schon da ist, was er eigentlich von einer Nahverkehrsabgabe und einem kostenfreien ÖPNV hält. Das ist ja eigentlich genau das, was wir eigentlich hier am ehesten bräuchten, weil damit könnte man auch mehrere Autofahrer wirklich locken aus dem öffentlichen Nahverkehr. Okay, und dann wäre noch Kreis, der ist jetzt aber gerade in ein Tethertet quasi involviert. Ne? Lars, kannst du deine Frage schnell stellen? Ich? Ja? Entschuldigung. Kein Problem. Ich hätte zwei Fragen. Das eine war, Entschuldigung, das eine war, ich habe mir das Ganze auch gesagt, aber das kostet immer so viel Geld, die SSB muss das ja irgendwie finanzieren und so. Dabei wäre meine Frage, wie sieht das überhaupt mit den Kostenverteilungen so aus? Also der Haushalt in Stuttgart, wenn man da guckt, was wird für Autos aussehen, dann findet man keine eindeutigen Zahlen. Von der SSB ist es einfach, weil da ist eine Zahl, vom Radverkehr wird schon auch aufgerechnet. Aber Autoverkehr, da fahren wir gerade zwei Tunnel ein, die kosten mehr als der Radverkehr für die nächsten vier, fünf Jahre. Das ist die eine Frage. Die zweite Frage muss ich gerade überlegen. Gut, das kannst du ja nachher auch überlegen. Dann gehen wir mal zusammenfassen, da war es einmal der Verkehr rechts von der Eppelstraße, dann war es die Nahverkehrsabgabe und Kostenverteil der ÖPNV und Zahlen, welches richtig verstande am Preis für welche Ausgaben für den Verkehr? Genau, wo zahlen wir eigentlich tatsächlich Geld für? Radverkehr, Auto, SSB. Das Thema Reicht von der Eppelstraße ist ja angesprochen worden vorhin. Da soll natürlich geprüft werden, ob da eine andere Verkehrsführung möglich ist und insbesondere in der mittleren Straße, da denkt es sich ja absolut auf, dass die als Einwandstraße geführt wird. Das haben wir auch schon mal beantragt. Ich danke, dass ihr das beantragt habt. Ihr seid aber die Einzigen, die das beantragt haben. Ja, Moment, da muss ich was dazu sagen. Ich habe es vorhin erwähnt, der Bezirksbeirat war der Meinung, dass das eine sinnvolle Lösung ist, aber wollte, dass das Thema zurückgestellt wird, bis es ein Gesamtverkehrskonzept und Egeloch gibt. Das ist ein Vollständiger. So, dann mal eine Frage zur Nahverkehrsabgabe und zum Kosten und freien Verkehr. Ja, eine Nahverkehrsabgabe kann man sicherlich machen. Die Frage ist natürlich, dass das die Stuttgarter zahlen. Ja, klar. Und wie macht man das mit den Auswärtigen? Die profitieren dann davon oder nicht? Wie auch immer. Es muss natürlich juristisch in irgendeiner Form auch durchsetzbar sein. Das will ich damit sagen. Habe ich jetzt juristisch nicht geprüft. Aber wenn ein entsprechendes Angebot da ist, dann kann man darüber sicherlich nachdenken. Da gibt es ja auch vertiefte Überlegungen in diese Richtung, dass man all jene, die davon profitieren, dort mit einbezieht, also auch Gewerbetreibende und ähnliches. Das ist natürlich wieder eine ganz sensible Geschichte, wenn man sich den Gesamtkontext anschaut. Es gibt ja dann für die Gewerbetreibenden nicht nur diese Abgabe, sondern auch verschiedene andere. Man möchte natürlich das Gewerbe oder insgesamt, sag ich mal, auch nicht aus der Stadt vertreiben. Es gab ja auch mal so einen sehr starken Hype, wo dann das Gewerbe sich nach außen verlagert hat. Ja, also ist das eine sensible Sache, die man also genau überlegen muss. Grundsätzlich würde ich es aber nicht ablehnen. Im Gegensatz zum kostenfreien Verkehr finde ich nicht gut. Aus verschiedenen Gründen. Die Effekte sind nicht so groß, wie man sich erhofft. Es gab solche Versuche in kleineren Städten auch und so weiter, währenddessen negative Effekte dann überproportional auftreten. City Mode. Ja, da gibt es ja auch Untersuchungen jetzt, wie man das machen kann. Ja, sicherlich auch eine Überlegung, allerdings ist natürlich die Frage, dann ist sowas in Stuttgart aus politischer Perspektive umsetzbar. Das vermag ich jetzt nicht zu sagen, aber grundsätzlich, wobei man sagen muss, es gibt gewisse Effekte dann, in London sieht man das zum Beispiel, könnte man auch darüber nachdenken, aber immer dann nur unter der Bedingung, und das ist in London bislang auch noch nicht so gelungen, da ist man ja auch mit Großprojekten momentan erst dabei, jetzt die Kompensation mit anderen Angeboten zu schaffen. Und das ist dann natürlich eine Sache, wo ich sage, das ist nicht so ganz im Sinne des Erfinders und nicht so zielführend, wenn ich sage, ich führe heute jetzt meine City Mode ein und dann überlege ich mal, wie ich das Problem mit der Mobilität in den nächsten 10, 15, 20 Jahren kompensieren kann. Sondern es muss alles ein bisschen Hand in Hand gehen, das heißt also, ich halte das auch übrigens, das ist aber meine Privatmeinung als Wahlbürger, für eher durchsetzbar, wenn ich dann ein Gesamtkonzept offeriere und sage, City Mode, aber dafür wird dann der öffentliche Verkehr so und so ausgebaut, dafür werden dann Radverkehrsmöglichkeiten geschaffen, was auch immer, aber das muss erst mal auf dem Tisch liegen und dann auch, ich sage mal, zeitlich aufeinander abgestimmt sein, dann kann man darüber nachdenken, aber kostenlosen Nahverkehr, also ich will es mal ganz scharf formulieren, wenn das in Stuttgart kommt, das wäre für mich ein Anlass, wieder darüber nachzudenken, ein Auto zu kaufen. Okay, und dann war noch die Frage über den Radverkehr. Jetzt haben Sie insofern Glück beim Radverkehr, wie gesagt, haben wir selber keine Untersuchung gemacht, die vorhin erläutert, zu Ihrer Frage, zufällig, haben wir auch unmittelbar eine Untersuchung gemacht, die liegt aber schon etwa zehn Jahre zurück und da haben wir genau das aufgegriffen, was Sie gesagt haben, weil der Verkehr, der versteckt sich in ganz vielen Haushaltstiteln. Die Kosten des Verkehrs in Stuttgart haben wir mal untersucht und das ist gar nicht so einfach, das rauszufinden. Sie finden zum Beispiel die Parkplätze vor Schulen, die finden Sie im Bildungshaushalt, um ein Beispiel zu nennen. Das heißt, völlig korrekt, das lässt sich gar nicht so einfach fassen, deshalb haben wir uns mal gefragt, haben uns das angeschaut, ich muss Ihnen sagen, also die Einnahmen zu dieser Zeit, wie soll der Aussehen, weiß ich nicht, aber zu dieser Zeit vor zehn Jahren waren die Einnahmen, die die Stadt Stuttgart hatte aus dem Autoverkehr, größer als die Ausgaben. Haushaltstechnisch gesehen, ja, das war so gewesen. Und das heißt, der Autoverkehr ist schon eine nicht unerhebliche Einnahmequelle auch. Wenn Sie nur mal dran denken, an so ganz simple Geschichten, Parkraumbewirtschaftung und die immer weiter steigenden Parkgebühren, das ist nur ein kleiner Teil, aber da kriegt man irgendwo mal ein Gefühl dafür, dass das also sehr viel an Einnahmen auch bringt. Und wir können ja jetzt zum Beispiel nur schauen, was entstehen der Stadt für Kosten daraus. Und das hat sich jetzt auch sicherlich ein bisschen verändert durch diese ganzen Geschichten mit Feinstaubalarm und ähnlichen Sachen. Das wird sich etwas verschoben haben. Ich weiß aber nicht, ob der Turnaround erreicht wurde, dass die Autos mehr kosten für die Stadt Stuttgart, für den Haushalt, für den Kino, für den Herrn Völl und uns alle, wir zahlen es ja am Ende. Da ist die Bilanz vielleicht nicht mehr ganz so gut. Vielleicht ist er auch schon gekippt. Und weil Sie den Radverkehr angesprochen haben, da kann ich Ihnen auch sagen, diesbezüglich, der Radverkehr ist nicht so ganz männlich. Also der Aufwand, der getrieben wird, baulich und in Standhaltung und Betrieb der Anlagen, der ist zwar in der totalen Summe nicht so hoch, aber im Vergleich zur Verkehrsleistung, die durch den Radverkehr erbracht wird, im Verhältnis nicht ganz so günstig, wie man das vielleicht vermuten würde. Aber den Gesundheitseffekt müssen so hoch sein. Okay, ja hier. Den Gesundheitseffekt. Ja, ja, aber den zahlt doch nicht. Moment, Sie müssen natürlich gucken, welche Randbedingungen ich vorher genannt habe. Ich habe gesagt, wir haben, das war auch die Frage, bezogen auf den Haushalt der Stadt Stuttgart. Wenn Sie oder ich krank werden, dann belastet das den Herrn Völl in seiner Kämmerei nicht. Ja, also ist das für den Haushalt der Stadt Stuttgart irrelevant an dieser Stelle. Das war die Frage. Sie haben vollkommen recht, dass man auch andere Perspektiven haben kann, aber das war nicht die Frage. Gut, ich habe jetzt noch drei Meldungen. Das war die Dame hinten, der Mann hier. Sie hat ja gut, da war es vier Fragen. Danach würde ich es aber auch in Anbetracht der Zeit dann ganz gerne beenden. Vielleicht gibt es der Name auch die Möglichkeit, im Vier-Augen-Gespräch noch die eine oder andere Frage zu stellen. Das weiß ich nicht. Aber ja, wir haben eigentlich eineinhalb Stunden eingeplant. Die Zeit ist ja auch gut, dass so viele Fragen kommen. Die Zeit hat mir allerdings schon etwas überschritten. Keine Angst, das ist bei der SPD immer so. Aber ich würde jetzt die vier Fragen machen und dann würde ich ganz gerne das damit auch beenden. Jetzt war die Frau hinten zuerst, dann der Mann, dann werden wir sie vorhaben und heiß. So, genau sie. Also, einmal nicht erst kurz. Wenn man Tempo 30 beispielsweise in diesem kleinen Abschnitt der Altsstraße im vorderen Teil vor diesen Schulen nicht durchsetzen kann, dann wenigstens Tempo 40. Das sei schon mal eine ganz große Erleichterung für die Anwohner und nicht nur wegen dem Lärm, sondern überhaupt wegen den Erschwitterungen, weil die Busse wirklich sehr schnell fahren. Und da ist eben diese Situation, die Sie beschrieben haben, die Busse haben separate Spuren. da fahren gar keine, also auf einer Linie fahren gar keine Autos. Und die andere Sache möchte ich noch kurz ansprechen. Oh Gott, was war das jetzt? Muss ich kurz zurückstellen? Ja, das ist kein Problem. Ich gehe noch mal ganz konkret zu der Situation in Dägerloch. Also, wir machen den Shared Space und die Geschäfte blühen und alle Dägerloche gehen einkaufen. Wie kommen denn die da hin? Wir haben ja in Dägerloch leider Gottes große Gebiete, die sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln nahezu überhaupt nicht angeschlossen. Also, weil Sie alle wohlhaben, es ist ja relativ, springen Sie in Ihr Auto und fahren zum Markt fünf Minuten, keiner ist ja bereit, 15 Minuten zu laufen. Wir haben einen unglaublichen Verkehr innerhalb von Dägerloch, was damit zusammenhängt, dass wir große Gebiete haben, die nicht erreichbar sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ist dann mal drüber nachgedacht worden, dass irgendeinem... Wo wir jetzt das Taxi? Ja, ich weiß nicht, ob der SSB-Flex da ausweicht. Ob das das ist. Aber generell ist das ein zentrales Problem in Dägerloch, denke ich, zwischen Heutlinger Straße und Wald ist nix. Dann oben in der Waldau Richtung Dägerloch ist nix. Unten Richtung Ramsbachstraße immer weiter runter, die sind ganz abgekoppelt von irgendwelchen öffentlichen Verkehrsmitteln. Gibt es da Gedanken, wenn man sich über das Verkehrskonzept innerhalb von Dägerloch Gedanken macht, da irgendwas zu machen? Okay, danke. Mir ist meine Frage von eben wieder eingefallen. Die Frage geht, glaube ich, an Sie beide, weil es ging jetzt ganz oft um den Ausweichverkehr, wenn wir jetzt zum Beispiel die Erblichstraße für den Autoverkehr sperren und wenn wir hier Tempo 30 einführen, fahren die Autofahrer und vielleicht auch andere Wege. Da würde mich mal interessieren, ob man sich im Dägerloch ein Konzept vorstellen kann, das einerseits so viele Sachen ermöglicht und gleichzeitig aber auch dafür sorgt, dass nicht mehr Ausweichverkehr kommt, sondern vielleicht andere Verkehrsträger dadurch so gestärkt werden, dass die attraktiver werden. Beispiel jetzt Groningen zum Beispiel. Man sagt, ihr dürft nicht mehr überall hinfahren, Einbahnstraßensystem und so, dafür können Radverkehr, Fußverkehr, ÖPNV, Kreuz und Quer auf Schnellwege durch die Stadt fahren. Das könnte man vielleicht auch im Dägerloch so machen. Okay, danke. Ist Ihnen die Frage wieder eingefallen? Ja, genau. Ganz anderes Thema eigentlich, aber hat auch mit Verkehr zu tun. Also man hat es gelesen, dass in der Tränke diese Planungen jetzt so weit beschlossen sind, dass da jetzt diese Müllfahrzeuge hinkommen, statt der Trägerwache. Warum platziert man die dort und hat ja dann damit auch wieder mehr Verkehr, auch in der Tränke? Okay, da geht es. Gerne, gehe ich weiter. Ich fange beim letzten Thema an, das mit der Müllverbrennungsanlage, das war auch im Bezirksbeirat natürlich das Thema und der Bezirksbeirat hat sich einstimmig dagegen ausgesprochen, aus vielen Gründen, hat aber auch ein paar Alternativlösungen aufgezeigt. Aber die Stadtverwaltung war halt so, für die war das so wichtig und die wollten eine schnelle Lösung, weil andere Dinge dicht gemacht werden, da wo es Bürgerhospital ist. Und außerdem in Feingen gibt es auch das Problem, dass da, wie war das noch? Das Allianzgelände. Das Allianzgelände, genau. Also, da konnten wir uns nicht durchsetzen, letztendlich ganz einfach. Und es gab kein Alternativlösungen. Und was das Thema, ja, was das Thema Albstraße sein will, dann müssen wir natürlich dafür das gesamte Albstraße 30er, 30er Zone wird, nicht nur im Schulbereich. Ja. Und was ist das Thema, was Sie, Herr, im blauen Pullover gesagt haben? Ja klar, natürlich wissen wir alle, dass auch aus den anderen Wohngebieten da viele natürlich mit dem Auto Richtung Ebelsstraße fanden. Da kann man, Patentlösung gibt es nicht. Es gibt natürlich Parkhäuser, es gibt das Rewe-Parkhaus, es gibt das Parkhaus an der Filterschule. Es gibt derzeit noch den Parkplatz zwischen dem Ärztehaus und der Polizeiwache. Was man ja so hört, durch die Blume, dass die alte Geschichte gestorben ist, was daraus wird. Das löst doch nur das Parkproblem und nicht das Verkehrsproblem. Ja. Wir sind im Parkhäuser fahren, wir wollen sie doch eigentlich raushauen von den Straßen. Gut, ich meine, zwingen kann man ja niemanden, dass er meinetwegen mit dem Auto irgendwo hinfährt, ob das jetzt das Parkhaus Brewe ist oder das in der Filterschule, das kann man eh nicht zwingen. Aber die Möglichkeiten gibt es und die Alternative ist natürlich schon auch der Ortsbus, das habe ich ja vorhin dargestellt und der soll kommen, das ist unser dringender Wunsch und der Ortsbus soll ja auch in die Waldau einfahren, Rohfeld einfahren und es gibt dann auch immer noch genug Leute, die gehen zu Fuß von ihrem Wohngebiet Richtung Eppelstraße oder auch mit dem Rad. Also es sind da schon ein paar Dinge, die da eine Rolle spielen und auch vielleicht für eine gewisse Beruhigung sorgen. Und mit den Eco-Terminals vorhin noch mal vergessen, da werden ja auch dann Radplätze geschaffen oder auch für E-Bikes oder auch für E-Bikes. Okay, jetzt. Das passt eigentlich gut zusammen. Auf der einen Seite ist ja auch gar nicht untypisch, wird gesagt, ja, wenn die Busse hier langfahren, dann gibt es also Erschütterungen und Lärm. Auf der anderen Seite wird aber gesagt, wir brauchen mehr Erschließung durch die Busse. Ja, das ist, wie gesagt, auch nicht untypisch. Das heißt, Moment, Moment, ich würde ja nur mal gerne antworten, wenn Sie mir fragt. Also, haben wir da Widersprüche und jetzt muss man doch schauen, wie kann man dort das ein Stück weit lösen, sodass also beide berechtigten Interessenlagen dort mit einfließen. Und zum Beispiel, wenn Sie von Erschütterungen sprechen, ich kenne jetzt den konkreten Fall, habe ich logischerweise keine Messungen gemacht, aber das lässt sich ja auch nachweisen. Und wenn es tatsächlich so ist, dann wäre schon über eine Möglichkeit nachzudenken, die Beeinträchtigung eben so stark ist, dass sie da negativ bewirkt auf die Anwohner. Ob man da baulich was, man kann ja heute auch im Straßen- und Schienenverkehr brauchen. Wir haben vor zehn Jahren die Straße erneuert bekommen, auf Initiative der Anwohner hin und die Fahrbahndecke ist damit erneuert worden und das war damals sehr viel besser. Jetzt sind wir nach zehn Jahren wieder in dem Stadion, dass die Häuser Risse bekommen durch die Erschütterungen. Das ist ja dann nicht akzeptabel auf jeden Fall. Und da kann man aber auch baulich heute schon, ich bin jetzt nicht der Straßenbau-Experte, aber so ein bisschen Einblick habe ich schon in die Richtung, man kann heute auch baulich schon eine ganze Menge machen, sodass also auch die Erschütterungen straßenseitig auch gedämpft werden und so weiter. Wer eine ganz super Maßnahme ist, kostet wirklich Geld und den Busse ein bisschen langsamer fahren mögen, wäre uns auch schon geholfen. Und es wäre mehr Rücksichtnahme auch für Tiere auf diesem Abschnitt. Ja, aber wie gesagt, die Leute, die im Bus sitzen, die Leute, die im Bus sitzen und Sie hatten ja gerade gesagt, dass man Konzepte haben möchte, um die Leute auf den Bus zu bringen, und die Leute, die im Bus sitzen. Wenn wir die fragen, es geht auch auf den Busbahnhof, fahren alle diese Strecke runter. Und da könnte man, das ist also, wenn man jetzt mal die Kapazitäten anschaut, das ist eine Überkapazität da. Jetzt könnte man sagen, ein Teil dieser Busse, um diese Bewohner zu schützen, fahren nicht über die Albstraße runter, sondern fahren über die B27 auf die Filter. Oder fahren über die Reutlinger Straße um dann auch die Leute abzuholen. Vielleicht kann man weitergehen. Also, da spricht ja nichts dagegen. Ich wollte nur eine weitere Option aufmachen, dass man auch baulich etwas tun kann heute, wenn man natürlich dann das Geld in die Hand nimmt. Über Geld haben wir auch schon mal kurz gesprochen. Vor zehn Jahren hatte ich das ja gemacht. Ja, aber zehn Jahre ist eben auch eine... Das steht jetzt eben auch wieder an. Das ist eine Zeit, ne? Bisschen wird, werden wir entsprechende Schreiken versenden. Na ja. Andernfalls, wenn jetzt zum Beispiel diese Reduzierung kommt, dass überhaupt ganz der Egerloch dann diese Tempo 30-Zonen kommt, sind wir natürlich erstmal sehr froh. Und was die bauliche Realisierung betrifft, darüber kann man sich mit der Stadt ja trotzdem mal verstehen. Und es gibt ja auch sehr gute Beziehungen. Also, die SSB ist ja zum... Betreibt ja auch fast alle Buslinien, glaube ich. Oder die betreibt alle. Gegebenenfalls sind nach Auftragnehmer dabei. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ist aber egal. Die SSB ist ja ein sehr guter Ansprechpartner eigentlich in diesen Fragen auch und immer offen. Also, insofern... Sind nicht offen. Wie bitte? Sind nicht offen. Aber bei dem letzten Gespräch, die wir im Bezirksbeirat mit der SSB hatten, hatten für dieses öffentliche Verkehrswunschkonzert, wurde eigentlich alles, was wir vorgetragen hatten, von vornherein erstmal abgelehnt. Gut, aber... Da kann man nicht sagen, es... Wenn ich da mal schnell einhaken darf, weil mir geht das jetzt ein bisschen so kreuz und quer an. Das sprengt natürlich jetzt hier unser Thema. Also, unser Thema ist nicht SSB und... Nein, aber es geht ja um das Buskonzept als solches. Gut, aber selbst wenn die SSB sich sperrt, dann haben sie ja auch andere Möglichkeiten, ein Konzept zu entwickeln und diesmal zur Diskussion zu stellen. Da reicht es aber nicht, dass eben einige Leute dafür sind, wie auch immer, sondern es muss dann auch die Frage gestellt werden, was heißt das für die Nutzung der Busse? Da war ja die Frage gewesen, wir wollen ein Konzept, wo dann mehr ÖV genutzt wird. Bedeutet das, dass dann mehr Leute die Busse benutzen? Dann steigt sicherlich das Interesse, auch SSB-seitig an solchen Dingen. Wenn es natürlich bedeutet, dass weniger Leute dann die Busse nutzen, dann ist das ein Stück weit kontraproduktiv und geht genau entgegen ihrem Vorschlag. Da kann ich nur sagen, um die Frage gleich mit zu beantworten, das ist ja, was Sie angesprochen haben, auch das, was ich vorgeschlagen habe. Also insofern deckt sich das vollkommen. Also Ihr Ansatz, dass man also überlegt, wie kann man mehr Leute auf den ÖV bringen, indem man eben entsprechende Angebote schafft, entsprechende Strukturen schafft. Okay, jetzt war noch eine Meldung ganz hinten, aber ich bitte, wenn das wirklich nur kurz geht, weil eigentlich wollte ich die Sache, die Räder müssen beenden. Ich war einfach nur der Hinweis, wenn es um die Busse geht, die zu schnell fahren, dann kann man da auch planerisch, baulich, wenn man eine Strecke auslegt, für gewisse Fahrzeuggewichte, für gewisse Geschwindigkeiten, dann bringt das nichts, wenn die Busfahrer sich da nicht von halten. Und ich glaube, dann geht es nicht in eine planerische Richtung, dann geht es einfach in Richtung der Politik, dass man da vielleicht einfach mal auch Kontrollen einfordert, entweder durch die Polizei, oder auch die SSB, ihr eigenes Personal kontrolliert an der Stelle. Die SSB hat den wesentlich einfacheren und effektiveren Zugriff auf ihr Personal, die können nämlich arbeitsrechtlich da was tun. Die Polizei, die kann einfach nur ein Bußgeld verhängen, das ist auch ein bisschen zu tun. Also, vielen Dank für Ihre Hinweise. Vielleicht kann ich Ihnen, ich weiß Ihren Namen leider nicht, aber vielleicht kann ich Sie bitten, dass Sie uns dann vielleicht die Adresse steht auf der Homepage, eine E-Mail schreiben und den Sachverhalt vielleicht nochmal schildern. Wir werden das dann uns genauer anschauen. Und klar, wir hoffen natürlich, dass wenn Tempo 30 durchkommt, was ja nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass damit vielleicht das größte Problem damit dann schon gelöst ist. Falls nicht, weiterschreiben. Alles klar, dann bedanke ich mich vielmals bei den Referenten. Ich habe noch ein kleines Dankeschön für Herrn Professor Martin. Das ist ein Degel noch dabei. Sie haben ja gesagt, wir fahren mit dem öffentlichen Nahverkehr. Das ist einer der Vorteile. Und noch ein Seko auch und Degel noch Laken. Da muss ich aber eine große Runde fahren mit dem Ökken fahren. Oder Sie teilen das einfach mit allen happy Mitfahrern. Man darf ja kein Alkohol in der SSB bei der SSB-Fahrzeuge haben. Habe ich gesagt, habe ich gesagt, im Ökken-Fahrzeug lebt. Ansonsten, wenn Sie noch schnell kurz Ruhe bewahren könnten, will ich mich bei allen bedanken. Ich glaube, es hat sich gezeigt, dass es eine sehr angeregte, sehr interessante Diskussion war, mit sehr vielen Fragen und Anregungen, die wir auch gerne aufnehmen wollen. Wir bedanken uns bei allen, dass Sie da waren. Und ja, es bleibt noch einen schönen Abend zu wünschen. Vielen Dank. Vielen Dank.